ein schönen gruß an tobias da draußen an nach dänemark hin quasi der hat ein foto in den slack gestellt wo wir auf einem ganz großen sieht man eigentlich ganz ganz großen monitor drauf sind große monitor großes monitor also ich habe keine ahnung das kann auch sein dass das nur so ein ganz kleiner miniatur lautsprecher ist wo das ganze draufsteht oder so ein rack oder sowas ja es ist wahrscheinlich so ein rack vielleicht ist das ein miniatur ding und es ist eigentlich nur playmobil größe aber aussehen tut es als wäre das also mindestens metadiagonale hier schärft der chef noch persönlich so und zwar von hand broscht schief ja guck mal ha ist alles live noch nicht aber doch wir sind live ich pushe mal hier wir müssten vielleicht kann mal jemand aus dem slack bescheid geben ob das ist weg stimmt mein bild ist weg du bist schwarzblende warum eigentlich warum eigentlich aber dein name steht da das reicht eigentlich moment moment warum ist mein bild jetzt weg das ist nicht logisch ist die kamera ausgefallen wahrscheinlich ja eigentlich nicht komisch jetzt bräuchten wir einen schnell zeichner weißt du noch damals von dali dali glaube ich das bei dali dali wie ist er noch der chris sucht sein kamera bild im grunde genommen ist das kamera bild vom chris ja da es ist nur so dass die canon kameras halten relativ schlechten dynamikumfang haben also jedenfalls die älteren kameras und deswegen kann man bei normaler zimmer beleuchtung eigentlich kaum was erkennen da müsste man jetzt quasi auf sub pixel ebene müsste man vergrößern das sind so ein bisschen wie bei csi oder damals bei blade runner müssen jetzt also bestimmte plan quadrate heraussuchen und dann halt verbessern machen so die stromversorgung meiner kamera hat sich gerade verabschiedet ha na gut ich habe ja noch andere kameras so ist es nicht aber mit ohne strom mit ohne strom was soll das was zum hanker hast du nicht noch einen akku den du reinschmeißen kannst eine stunde läuft ja doch auch moment 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 hoffentlich ist einer geladen ja stimmt wenn man erstmal kabel dran hat denkt man nicht mehr ans akkuladen nicht war michael soweit ich weiß hat der chris inzwischen seine kanon dran geklemmt gehabt obwohl aber es jetzt noch hat weiß ich nicht aber es war ein schiff drauf unerhört ich habe stil schiff drauf ja also das kanon okay aber du hattest ja du hattest ja mal eine sony dran aber auch die sony mit ihrem verbesserten dynamikumfang würde ohne strom tatsächlich ein schlechtes bild liefern jetzt warte mal jetzt habe ich hier einen akku ist muss man gucken den anderen akku wahrscheinlich muss ich nachher während der sendung einfach wechseln das wird lustig moment also ich hoffe dass der voll ist den kann ich allerdings jetzt ans ladegerät hängen moment ja meine damen und so ist das bei den echten profis wird noch selbst hand angelegt und auch da findet man eine lösung wenn der strom mal ausfallen sollte ich wüsste tatsächlich auch nicht so konkret was ich machen sollte wenn hier jetzt der strom ausfällt obwohl doch ich wüsste wo akkus sind ja das wäre ihre show gewesen leider ist die zeit schon vorbei wir sehen uns nächste woche wieder bleiben sie uns treu und gewogen empfehlen sie uns was denn geht ja noch gar nicht los da ist ja noch nicht da ist auch gut so das ist doch gut so kann ja so lange ein bisschen so das muss reichen als unterhaltungsprogramm für heute ja dann schauen wir mal zu dass wir hier möglichst die sendung möglichst schnell über die bühne bringen ja es ist ja wie lange dauert denn diese folge eine akkuladung genau wenn die wenn der akku genau ein pre show push hat auch noch nicht stattgefunden da ist uns nämlich das bild ausgefallen und dann war das abgelenkt in seiner routine jetzt ist der pre show push raus so er übrigens festgestellt dass der die neuser im audio hijack ganz schön delay erzeugt der lichter irgendwie 100 bis 200 millisekunden drauf der die neuser das ja heftig so haben wir themen haben wir mal hier kurz gucken es ist also nichts nichts unübliches sagte michael es gibt relativ große deutsche twitch streamer die zwei bis drei mal am abend den akku wechseln ja wir nicht ich bräuchte demnächst glaube ich mal irgendwelchen support um dieses netzteil was ich da im einsatz habe so reparieren das ist einfach nicht schön wenn das plötzlich so wenn es das netzteil ist und nicht der adapter oder vielleicht ein kabelbruch aber ich habe es herausfinden ich habe keine ahnung was es ist ich will ich werde es jetzt nicht rausfinden die kamera ist es offensichtlich nicht denn mit akku läuft sie ja schon mal sehr gut dann lass uns doch einfach gar keine zeit vertröbeln moment moment ich muss mal kurz gucken wie viel akku die noch hat jetzt ja der ist voll okay dann habe ich ein schwein dass ich einen vollen akku da hatte soll ich das pre show beim sel mal weg machen dann lass uns direkt starten oder ich drücke mal auf den aufnahme knopf moment moment habe ich alles habe ich alles ja wird schon irgendwie klappen aufkommen pre show ist weg und legen wir los die heutige die heutige folge wird euch präsentiert von jimdo und androidkammer.com hier ist eine weitere ausgabe von happy shooting der foto podcast ja ich begrüße dich es geht schon wieder ist habe ja glück gehabt dass ich noch einen vollen akku hatte es ist nichts kaputt ist alles gut du akkus immer geladen in der fototasche weißt du doch ist eine empfehlung von uns der war in der fototasche und geladen sehr gut hier sind eure moderatoren boris und chris ich sag's dir so muss das nicht passieren kurz vor der sendung wirklich kurz vorher hat der hat das ladegerät für die also nicht das ladegerät sondern ich habe in der kamera also wer das hier auf video sieht diese kamera wo ich gerade rein gucke in dieser kamera habe ich einen so ein dummy akku der dann quasi bunten kabel rauskommt zu einem netzteil das geht in steckdose und irgendwo hat sich da gerade was weggehängt plötzlich war es schwarz und jetzt habe ich den akku in der kamera und der wird hoffentlich eine stunde durchhalten und ich habe hinter mir noch einen am laden das heißt wenn sie plötzlich schwarz wird audio audio läuft weiter audio läuft weiter ansonsten hören also hören tun wir ich genau genau hören tut ihr mich immer die community kann ja dann irgendwie scribble machen daumenkino oder so genau so sieht es aus was hin so schaut es aus wir haben ein recht überschaubares thema heute wir haben anderthalb themen haben wir heute wir haben allgemein ist muss ich hier noch mal nicht sortieren wir haben heute noch mal ein follow-up zum thema fotografie in spielen wir haben news aus dem strafrechtlichen bereich wir reden etwas über nacht eulen content natürlich werden wir über canon reden müssen und da gibt es noch zwei kleine analog news bröckchen wollte ich gerade sagen stückchen wie nennt man das dann news bits nee wie sagt man denn da auf deutsch neuigkeiten stücke egal da also das ist glaube ich die sendung heute so sieht es aus und wir steigen gleich mal vorne ein aber erst mal heute ist der hallo ich hab's ja hier bin ich bin voll bei dir heute ist der 14 juli 2020 und wenn ihr das bei euch im kalender habt also jetzt live dann also im kalender haben es alle aber jetzt heute im kalender dann dürft ihr uns fragen hier live reinwerfen im slack im kanal hs fragen oder auf twitter unter dem hashtag hs frage natürlich freuen uns auch immer über audio kommentare und heute sogar einen video kommentare das thema ja greift um sich das auch gleich dazu ansonsten ja lass uns lass uns äh loslegen ich habe gerade vergessen noch ein live live push zu machen hüstl es wird nicht besser es wird nicht besser äh ja lass uns gleich in den follow-up einsteigen und zwar hat uns äh klose dose einen kommentar hinterlassen jetzt du ach so ich dachte es war schon der video einspieler ein kommentar von klose dose ein tipp von mir zum thema videospiele und fotografie vor kurzem hat der gaming podcast insert moin eine sendung mit dem thema videospiele mit fotografie gemacht er ist zu finden unter jetzt kommt ein langer link schmeiß mir die show notes auf happy shooting.de zu finden zur folge 669 dann natürlich gerade das erste besprochene spiel afrika beziehungsweise hakuna matata habe ich selbst auch vor zehn jahren gespielt und hatte einigen spaß damit eine virtuelle fotosafari in corona zeiten für die schmale brieftasche und ohne die tiere belästigen zu müssen das ist doch auch was ja das finde ich auch cooler tipp eigentlich muss ich mal angucken sehr sehr cool dann haben wir jetzt bin ich gespannt ob das alles gut funktioniert und vor allem ob das audio dann auch im stream ankommt vom tobias jedenfalls moment moment da muss ich noch das ist jetzt ich überbrücke das ein bisschen das ist jetzt ein eine premiere es ist mich das erste so video feedback was wir bekommen haben die erste video nachricht sozusagen von tobias und es geht auch hier um die fotografie in spielen aber ich glaube das erklärt er direkt selber das erklärt er direkt selber dazu mache ich jetzt mal hier also es ist tatsächlich ein experiment aber ich ja hört mal rein guckt mal rein hört mal rein wir werden auch da gleich noch erklären was uns da genau gezeigt hat ich wollte euch mal den foto modus in gran turismo zeigen und zwar bin ich mal mit meinem samba bus typ 2 eine runde gefahren und das hier was ihr seht ist schon die wiederholung denn in der wiederholung kann man auf pause gehen und dann auf dieses fotoapparat symbol klicken da steht in renn fotos und wechselt in den foto modus im foto modus kann man dann überlegen wo möchte ich mich hinstellen man kann auch auf eine der sechs fernsehkamera positionen sich beziehen die aber wie ihr seht alle ziemlich weit weg sind weil es ja für die fernsehübertragung gedacht ist und aus dem innenraum kann man auch fotografieren wenn man möchte ich will aber lieber mich selber platzieren deswegen gehe ich in den lauf modus und jetzt kann ich mit dem controller einfach ja wie ihr seht munter durch die gegend laufen den blickwinkel ändern wenn das alles ein bisschen besoffen aussieht ich hatte einen erheblichen leck zwischen controller bedienung und bildschirmausgabe aus technischen gründen naja und wenn man dann seine position gefunden hat dann stellt man sich dahin so wie man meint und sagt ich möchte jetzt fotografieren und jetzt kann man eigentlich alles einstellen was man an der kamera auch einstellen kann die blende wie ihr seht von 1.4 bis 32 da nehme ich jetzt einfach mal so 28 um so ein klein bisschen unschärfe im hintergrund hinzukriegen belichtungskorrektur verschlusszeit seht ihr eine sechzestel bis eine achtausendstel eine sechzestel ist natürlich eher bei schnell fahren fahrzeugen schwierig deswegen nehme ich hier eher eine kurze belichtungszeit wobei es hier noch so ein schwenk modus gibt den habe ich noch nicht ausprobiert ich könnte mir vorstellen dass das was mit mitzieher zu tun hat und dann hier so weitere einstellungen über das bild selber seht ihr gitter auflösung ausrichtung bildseitenverhältnis und wenn einem das dann gefällt kann man noch mal die kamera jetzt bewegt man quasi die kamera in der hand man ändert seine position nicht sondern schwenkt mit der kamera hin und her und kann jetzt auch noch ja ranzoomen ihr seht das ist jetzt 28 mm und das ist jetzt das gerenderte bild also man sieht schon leichten unterschied zwischen dem was wir eben in der vorschau gesehen haben und dem was jetzt gerendert wurde weil a ist hinten links der hintergrund ein bisschen unscharf geworden und ich zoome gleich auch noch mal in das bild ein wenig rein und dann seht ihr eben dass gerade im bereich des scheinwerfers und der stoßstange ja die lichtreflexe wirklich so ein halo effekt haben den hatten wir in der vorschau nicht gesehen weil gesagt das ist nur eine vorschau die das bild das simple bild und das seht ihr hier noch mal ja man kann hier noch alles mögliche andere einstellen es gibt hier noch einen bereich effekte da kann man noch ja das ist dann eigentlich nicht mehr das eigentliche foto machen sondern das ist bild bearbeitung ja quasi in kamera hier dann halt im spiel drin also ich finde diese funktion ganz interessant natürlich bietet sie viel mehr möglichkeiten als ich hier in der kürze zeigen kann aber es ging ja nur mal darum euch zu zeigen was alles möglich ist und das soll es gewesen sein 321 happy shooting sehr geil ja was haben wir gesehen wir haben vw bus gesehen der auf einer rennstrecke stehen geblieben ist also in der im pause modus dann eben angehalten den bus da eben dann gerade war und dann hat er tobias sich eben auf dieser rennstrecke frei bewegt das heißt von den vorgegebenen kamera positionen die es in dieser software gibt zwischen dem man ja auch umschalten kann hat er sich dann mit seinem controller frei bewegt so als ob er eben auf dieser rennstrecke in diesem freeze frame herumläuft hat sich dann positioniert den vw bus eben ins visier genommen mit der virtuellen kamera und hatte eben tatsächlich alle einstellungen die man an einer kamera ebenso hat also zum nur für die brennweite die blende was er ebenso erzählt hat ja das ist tatsächlich recht beeindruckend also das war dieser foto modus was ich erst mal so ganz interessant finde zur erinnerung warum wir darüber reden wir hatten ja erzählt dass getty gran tourismofotos lizenziert da geht es allerdings meines wissens um live rennen also wirklich um so virtuelle rennen die halt wegen corona quasi dann sich da hin bewegt haben oder auch einfach so da stattfinden und da scheint es um akkreditierte fotografen zu gehen die dann so quasi den speziellen zugang zu diesen rennen bekommen die bekommen dann so eine modifizierte playstation hingestellt und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher wieder der unterschied ist also das ist jetzt der im spiel modus ne also du hast gran turismo zu hause du machst da rennen du spielst da und dann sagst du okay ich mache jetzt playback und macht drückt dann auf pause halt also alles an und jetzt gehe ich da rein bewegt mich frei und kann also es fehlt der live aspekt das ist sie die frage die ich jetzt habe wie ist das bei diesen rennen wo diese akkreditierten fotografinnen und fotografen unterwegs sind ist das der gleiche foto modus den diese profis haben weil die haben eine andere playstation wie das in dem artikel hieß ist ja so dass die dass die dann quasi zugang zu anderen bereichen haben wo die leute die zuschauer nicht hinkommen und in dem was uns jetzt hier tobias gezeigt hat hat er überall hin zugang also das muss noch mal eine andere schiene irgendwie sein und die frage deshalb auch nicht anhalten sondern du brauchst wirklich den moment dann auch sie frage ob die profis dann eine pause taste haben wo sie für sich quasi dann alles einfrieren und sagen oh das will ich aber ich glaube dass die live schießen müssen und dann ist die frage ob das der gleiche foto modus ist weil dieser foto modus den jetzt hier gesehen haben der hat ja der hat ja hier schieberegler und knöpfchen und so weiter und die frage ist ob also das ist das ist das sind sind zwar die funktionen der kamera blende und so weiter aber sie sind halt nicht kamera artig umgesetzt sondern es ist halt ein menü mit mit reglern und so weiter und deshalb die frage schießen die pro in anführungszeichen profis dass sie akkreditierten menschen mit schicken die live verschießen die live oder ist das irgendwie ja also bin mir nicht ganz sicher wer sich das noch anschauen möchte das wäre das jetzt hier nur hört aber trotzdem mal diesen modus sehen möchte ich packt mal hier in die schon uns mit rein der tobias hat das nämlich auf youtube gestellt und da könnt ihr euch das dann mal angucken so oder kommen wir zum thema strafrecht oder nicht recht es ist keine rechts bild keine rechtsberatung hier aber es gibt ein thema aus fotografie ein wichtiger hinweis den ich extrem gut finde ich habe das am rande mit verfolgt was da ist und jetzt das ergebnis über jürgen erfahren das finde ich sehr schön es geht um das thema abskirting und dass das endlich strafbar ist was ist abskirting das ist wenn vornehmlich sind es wahrscheinlich jungs und junge männer und ältere männer auch mit sicherheit sagen wir mal es sind wahrscheinlich in der regel männer die mit ihren smartphones das an einem stöckchen zum beispiel so platziert ist dass es nah am boden ist fotos machen und damit frauen und mädchen unter den rock fotografieren da muss man sich als erstes schon mal sagen was da irgendwo falsch gepolt ist aber so was ja sagen wir mal darum geht es und jetzt lese ich mal was uns jeder jürgen geschrieben und zitiert hat er sagt liebe happy shooter passend zu den sommerlichen temperaturen und der anstehenden urlaubszeit möchte ich euch über eine aktuelle presse mitteilung des justizministeriums bewerten württemberg nämlich an hinweisen das betrifft sicherlich nicht unsere happy shooting gemeinde direkt aber wir haben ja alle kontakt zu kindern jugendlichen und weiteren personen die mit dem handy manchmal unbedarft fotografieren bitte sprecht euren bekannten kreis und eure kinder und jugendliche an auf dieses wichtige thema worum geht es unbefugte aufnahmen von intimen körperteilen und deren verbreitung werden durch die aufnahme eines neuen straftatbestandes im 13 abschnitt des strafgesetzbuches künftig als sexualdelikt in deutschland geahndet sehr gut sehr gut frau frau hannah seidel das ist die petentin die aus stuttgart kommt war persönlich betroffen als ihr bei einem konzert unter den rock fotografiert wurde und es kein straftatbestand gab der dies als sexualdelikt geahndet hätte sie hat mit sehr viel zivilcourage erreicht dass das teil abskirting in die politische diskussion gebracht wurde ja und offensichtlich hat das auf früchte getragen was ich sehr sehr gut finde ja liebe grüße jürgen danke jürgen für diese information das ergebnis war mir noch nicht bekannt ich hatte nur mitgekriegt dass es da diskussionen gab das einzubringen und das finde ich sehr sehr gut und den aufruf von jürgen an dieser stelle wirklich mal ernst nehmen also wenn ihr kinder habt oder in eurem umfeld eben kinder habt er zieht sie gleich richtig sprecht sie auf so etwas an ich war selber jugendlich ich weiß was die hormone mit einem machen ich weiß dass man sich mädchen irgendwie nähern möchte und dass man alle möglichen frechigkeiten macht natürlich hat man früher auch in die duschen durch irgendwelche schlüssellöcher und fenster und irgendwelche ritze in den zäunen und was nicht alles geguckt müssen wir nicht drüber reden aber man hat eben keine fotos davon gemacht und sie auch noch verbreitet also bitte ja einfach mal flach halten sprechen mit euren kinder darüber dass das einfach nicht in ordnung ist also auch rein mental nicht ganz gesund ist sowas zu tun und was dahinter steckt was das für die betroffene person bedeutet und wenn ihr mal nacktes mädchen gesehen habt oder irgendwie mal unter den rock gucken konntet an der treppe dann freut euch einfach aber macht nicht auch noch fotos davon und verteilt das okay naja es ist es ist ich habe so das gefühl wir leben gerade so in einer in einer interessanten zeit vor allem auch was verschiebung der normen angeht und das gekoppelt mit verfügbarer technik in jeder hosentasche das ist für manche leute das können manche leute glaube ich nicht handeln und das ist ziemlich ja das führt zu ziemlich beschissenen dingen gut es ist schön dass das ein strafftag bestand verantwortungsvoller umgang mit der technik einfach weitergeben an die kinder in eurem umfeld und ich denke dann rollen wir das von von jung auf mal auf an den alten wirst du dafür gibt es jetzt strafen aber die jungen brauchen das gar nicht erst machen natürlich nicht sehr gut gut kommen wir zum nachteulen content wir ja also ich glaube ich glaube es hat kaum jemand nicht mitbekommen dass da gerade ein komet am himmel ist und das wissen wir noch gar nicht so lange das ist also dieser wird als neowise bezeichnet hat eigentlich einen anderen namen und der wurde ende ab ende märz wurde der entdeckt durch das wise teleskop wie se das ist dieses white field infrared survey explorer das ist die abkürzung dafür ich will jetzt gar nicht sehr viel über den kometen reden sondern eher mal ein bisschen über dieses teleskop weil es ist eine große schwere digitalkamera und das ist ganz interessant was da so dahinter steckt das ding wiegt 660 kilo ist ein unbemanntes weltraumteleskop das heißt also hat die nasa da hochgebracht das ding ist also jetzt da oben unterwegs ist also quasi eine digitalkamera mit langer brennweite vor dem sensor beziehungsweise vor den sensoren steckt ein spiegelteleskop das hat 40 zentimeter durchmesser und interessanterweise hatte das erst mal nur eine geplante laufzeit von sieben bis zehn monaten und die mission begann anfang 20 10 also sieben bis zehn monate 20 januar 20 10 plus sieben bis zehn monate ist nicht 2020 also sieben bis zehn monate aber nicht am stück doch das war der plan und dann wollte man es ein motten okay kommen wir gleich noch ein bisschen auf die geschichte umlaufbahn beziehungsweise orbit höher ist 525 kilometer das ist gar nicht so weit weg von denen also von der orbit höher nicht so weit weg von den starling satelliten wie gesagt 2010 gestartet hat dann für die für die erste himmelsdurchmusterung so heißt das 1,3 millionen bilder gemacht und zwar mit folgender sensortechnik das ding hat vier sogenannte detector arrays sind also vier prinzip sensoren die sind je 1024 mal 1024 pixel groß also ein megapixel und das teleskop schaut immer von der erde weg und bewegt sich dabei und damit jetzt irgendwelche entfernten galaxien sterne und was ist auch oder astro astro ist und so weiter die das ding sucht auch quasi abgebildet werden können wird das bild nicht direkt aufgenommen sondern über einen bewegten umlängsspiegel der quasi das bild immer wieder so ein paar sekunden auf den sensor fixiert also das zieht quasi immer so ein bisschen nach ist aktuell damit beschäftigt asteroiden des hauptgürtels zu finden mit mehr als drei kilometer durchmesser das ist wohl seine haupt aus hauptaufgabe aktuell und die betriebstemperatur der sensoren liegt bei unter 20 kelvin das ist ziemlich arsch kalt und das war auch der grund warum relativ einfach da oben zu kühlen weil da ist es so kalt kriegst du das da oben nicht nein überhaupt nicht da scheint ja die sonne drauf auf das ding und und also sonne richtig da war ja da war ja was und dann wird es da oben auch relativ schnell relativ warm und deshalb dachte man das ist nach sieben bis zehn monaten rum weil irgendwann das kühlmittel alle ist und das ist tatsächlich seit ende 2010 ist das kühlmittel aus verdampft das war wie flüssiges helium oder sowas und das ist verdampft und dann wird thermisches rauschen zum problem die sensoren die fangen dann irgendwann an zu rauschen und für so ein teleskop kann man das nicht brauchen und diese vier sensoren die gucken auf vier verschiedene frequenzbänder vier verschiedene infrarot bereiche und zwei davon sind tatsächlich problematisch geworden durch das thermische rauschen weil sich die sensoren ohne die kühlung dann auf minus 203 grad celsius erwärmt haben das war zu viel deshalb konnte man erst mal nicht viel machen hat dann das ding tatsächlich als noch bis 2011 betrieben und dann noch mal so himmel durchmustert nach astroiden und kometen und hat es dann eingemottet hier sleep mode und mach mal bleib du mal da oben aber wir haben jetzt keinen wahrscheinlich keine kohle mehr um das jetzt zu betreiben brauchst ja leute und technik und als mögliche dafür eine mission war halt auch nicht so lange geplant zweieinhalb jahre später 2013 haben sie gesagt nö wir machen weiter wahrscheinlich haben sie wieder kohle gefunden haben sagt jetzt wecken wir das ding auf dann haben sie ein paar monate gebraucht um es irgendwie wieder zu kalibrieren und einzustellen und haben seither seit ende 2013 damit weiter beobachtet und den zum beispiel den sogenannten always katalog erstellt der umfasst 750 millionen kosmische objekte darin hat zum beispiel das jpl jet propulsion laboratoire das sind die die auch die mars rover da hoch schicken haben mal eben so zweieinhalb millionen bislang unbekannte super massereiche und aktive schwarze löcher gefunden also der hat schon richtig richtig zeug gefunden in seinen paar jahren da außerdem mehrere zehntausend asteroiden und über 20 kometen und einer davon ist eben der jetzt als neowise bezeichnete weil das weiß teleskop mittlerweile ich glaube die mission wurde umbenannt den neo weiß also das neue weiß hätte dann eigentlich 2018 stillgelegt werden sollen läuft aber immer noch weiter also irgendwie ja offensichtlich sind die ja noch kühl genug also du hast ja notiert dass es sich jetzt ohne das kühlmittel auf minus 203 grad celsius erwärmt hat aber es ist immer noch deutlich wärmer als 20 grad kelvin ja natürlich aber es scheint immer noch zu reichen um ganz gute beobachtung zu machen da oben also zumindest mit zwei der vier sind und zumindest mit zwei der vier bändern geht das noch ja und wahrscheinlich haben sie mittlerweile auch möglichkeiten da mit ai und rechnung und so weiter computation ranzugehen jetzt kurz zum kometen neowise der hat eine umlaufzeit um die sonne von etwa 4490 jahren das heißt das heißt die nächste sichtung schaffen wir wahrscheinlich wenn der weg ist ist er weg okay dann wird zwischendrin nach den aktuellen berechnungen wohl auch noch irgendwie mit mit schwer kraftfeldern von anderen planeten irgendwie sich wird wird es irgendwelche interaktionen geben und dadurch wird die umlaufbahn noch länger da redet man dann von irgendwie knapp 7000 jahren er wird vermutlich gegen 8850 wiederkommen also mit anderen worten vielleicht bleibe ich jetzt demnächst dann doch noch mal eine nacht wach wenn ich ihn wenigstens noch mal gesehen habe wenn der weg ist ist er weg das will ich eigentlich damit sagen ja deshalb jetzt ist vielleicht ganz sinnvoll da mal blick drauf zu werfen der soll im ganzen juli noch einigermaßen gut zu sehen sein und in august reine anfang august ja ja also er kommt dann immer höher über den horizont ist im augenblick ist er ja ganz knapp über dem horizont irgendwann so zwei uhr drei uhr morgens nachts wir gucken gleich mal wann der wo ist weil das ist auch interessant die die frage ist ja wo finde ich den wo 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 muss ich gucken nordwestlich nordwestlich und dann zieht er so nach osten nach nordosten rüber pass mal auf ich habe da mal was vorbereitet dass der der himmel muss halt frei sein und genau darf nichts im weg stehen weil es halt sehr sehr nah über dem horizont ist genau also hier im video sehen wir jetzt gerade eine applikation die heißt ich muss immer ein bisschen kleiner machen damit ich hier auch was ist er denn noch im sternbild fuhrmann oder ist er schon daneben können wir gleich gucken können wir gleich gucken können wir gleich gucken also ich habe das aufgemacht der chris hat stellarium ich beschreibe mal du zeigst mir ich beschreibe du hast stellarium geöffnet ich sehe einen simulierten nachthimmel quasi planetarium zeit jetzt ach ich muss das fenster mal größer das ist jetzt planetarium hier für mich ich mag ja planetarium okay also wir sehen den nachthimmel wir sehen das ding stellarium-web.org du musst deine stimme jetzt ruhiger machen muss ich das planetarium muss man immer ruhig sprechen also wir öffnen stellarium-web.org das ist eine webseite auf der ein virtuelles planetarium stattfindet man kann das übrigens als app auf auf dem mobilgerät kaufen kostet glaube ich 11 euro hier ist es im web gratis wir verlinken das natürlich und wir sehen jetzt den nachthimmel und da ist der c-slash 2020 f3 auch neowise genannt der taucht da gleich gleich vorne auf der ist gerade wichtig also haben sie den da gleich irgendwie markiert und ich also stellarium gucke ich immer wieder mal rein weil es ist so ich sag mal dass das himmels anguckt programm für für uns nicht nicht astro nerds das ist ja immer so da gibt es ganz ganz sicher andere software die da tausendmal bessere informationen hat aber das reicht für uns aus und das kann ich da drin also ein bisschen rum gucken man sieht dann also schon unter dem horizont ist gerade die sonne das ist hier rechts unten ein uhr und ein paar minuten hat gerade den blickwinkel ein wenig bewegt also die virtuelle kamera quasi geschwenkt genau ist eine sehr weiter winkel ist es schon fisch eigentlich was er jetzt rechts oben sieht man was wir aber 125 grad ist das wir sehen jetzt eine simulierte uhrzeit für morgen also morgen früh ein uhr so ich klicke jetzt mal hier rechts unten auf dieses kästchen und da klicke ich jetzt mal hier auf die uhr und dann macht der real time so jetzt ist es tag es ist 18.39 ja das hilft uns schon weil jetzt können wir nicht gucken wie der verläuft und jetzt können wir uns hier einfach mal an diesem regler ziehen da ist so ein schieberegler und damit kann ich jetzt einfach mal die zeit schneller vorlaufen dass dann sieht man wie der neowise so langsam richtung horizont sich bewegt ist jetzt 21 22 uhr 22 uhr 30 23 uhr und jetzt ist schon dunkel genug so 20 nach elf ungefähr nachdem wo man halt ist hier auf dem land habe ich es ein bisschen einfacher wahrscheinlich als in den städten und jetzt gehen wir mal noch weiter also jetzt so mitten so gegen null uhr gegen ein uhr ungefähr ist er dann so am tiefspunkt und zwar man sieht ja n also ist ja fast genau im norden knapp über dem horizont und da lassen sich natürlich fotografisch tolle sachen hinbekommen wenn so ein so ein himmelsobjekt was einfach nur am himmel ist da hast du keinen kontext aber in dem moment wo das zum beispiel über einer wasserfläche ist und du kriegst eine reflektion oder du kannst die alte scheune mit rein nehmen oder häuser oder sonst was kirchen und so weiter ja und dann geht es ein bisschen weiter ich gehe mal mit der zeit vor jetzt ist dann drei uhr zieht er nach nordwesten nach nordosten so und so ab ab halb vier da fängt es dann schon zu dämmern an ja dann habe ich auch sehr schöne bilder gesehen schon die so in der leichten dämmerung entstanden sind das gibt auch ein sehr sehr schönes licht weil du halt auch vom vordergrund damit es ein bisschen mehr wieder siehst du wolltest jetzt dass das sternbild sehen du kannst ja im stellarium einfach die konstellation einschalten ja links oben ist ja der genau der wagen der große und da rechts unten siehst du das was da gerade am horizont aufgeht das ist der rieger du meinst den da wo capella drin ist weißt genau kannst ja auch wenn du hier drauf klickst auf das andere denn dann kriegst du auch tatsächlich die entsprechenden künstlerischen ausarbeitungen das ist der große bär genau also das ist das stellarium hat jetzt quasi mal stellarium gezeigt und hat sternbilder eingeblendet sehr schön wir packen es in die show notes das heißt ihr könnt euch das da auch mal angucken und könnt rausfinden wo bei euch kann man da kann man den den standort einstellen und dann könnt ihr rausfinden wo bei euch entsprechend ja wo das bei euch entsprechend hübsch ist und passt und wo und wann das ding dann über dem horizont ist also der holger fragt gerade lange er noch der holger fragt gerade wie lange der noch sichtbar ist der komet ich meine gelesen zu haben bis anfang august auf jeden fall also bis zur erste zweite woche august ja kann man ihn noch sehen ich ja findest im internet wenn es aber auch reichlich vorhersagen wo er dann an jedem tag ist oder eben stellarium ausprobieren und die zeit vordrehen genau da kannst du das anschauen aber man muss halt so roundabout mitternacht so kurz vor mitternacht kann man schon mal anfangen zu gucken und dann nach mitternacht dann kommt dann langsam wieder hoch ja also wie gesagt wer jetzt diesen monat nicht fotografiert der hat dann leider die a karte gezogen weil der kommt also wenn jetzt nicht corona wäre dann wird man jetzt irgendwie eine pizza party machen hier oder eine grill party und dann so alleine ist halt gerade ein bisschen öde mal gucken vielleicht kann ich dann ja überreden durchzumachen und dann gucken wir uns irgendwie ben hua nachts an ach du kannst ja ein wecker stellen manche leute kriegen das ja hin dass sie nachts um eins kurz aufstehen ein paar fotos machen und dann wieder schlafen gehen ich kann das nicht ich kann das nicht kann wach bleiben oder früh aufstehen aber nicht zwischendurch gut nun gut wir packen das thema mal ja der sieht auch toll aus das ist so ein klassischer komet der den man tatsächlich habe ich damals gesehen genau wenn wenn man nachts tatsächlich ist dunkel genug hat dann sieht man den mit bloßem auge und dann ja hat er also einen richtig schönen schweif wie sich das für so kometen gehört für so ein bilderbuch kometen und das heißt ist nun gut wer noch kein gesehen hat also das lohnt sich wirklich ich habe halt schon zwei gesehen das eine war harley und den an den anderen kann ich mich an den namen nicht erinnern aber eigentlich ich muss mal wach bleiben mach das ja irgendwie wach bleiben und jetzt jetzt musst du mal was ein knöppchen drücken ja das warte mal was hier hat gerade die aufnahme gestoppt was das ist ja auch eine frechigkeit wie bitte moment warum das denn der henninke genau der techniker kaum ja kaum habe ich gesagt ich muss mal wach bleiben ist auch schon die aufnahme eingeschlafen aber ich kann sie einfach fortsetzen wer hätte das gedacht hast du da auch eine batterie drin oder so wie ich mit meiner kamera es ist nicht zu fassen jetzt haben wir wenigstens die kapitelmarke wieder gesetzt und können hier drauf drücken der foto podcast werbung ja wir werden heute auch wieder unterstützt von enjoy kamera punkt com das sind die mit dem foto zugehör und auf jede bestellung bekommt ihr fünf prozent mit dem gutschein happy shooting 2020 und ja heute haben wir mal kein produkt sondern ein ja wie nennt man das ein informationsvehikel und zwar reden wir über den newsletter von enjoy camera weil der ist tatsächlich ich würde mal sagen also jetzt nicht mal konkret wir haben jetzt hier einen konkreten zwar auf aber so allgemein der newsletter ist einfach ja so die ecke wo man nicht nur informationen bekommt sondern wo man auch so richtig gute deals bekommen sonderangebote und so weiter manchmal auch sogar lagerräumungen sachen die raus müssen bware und so weiter also wer den nicht hat hat eigentlich ja verpasst dinge der aktuelle hier zum beispiel da geht es hier um spider produkte also hier die limited edition band zum beispiel jetzt im preis deutlich runtergesetzt ist diverse hier trage systeme hüft trage system oder das rucksack geht und so weiter wo man einfach so was noch mal auf einmal sieht das schöne an diesem newsletter ist wer ist nützlich und b wird man von android kamera nicht ja zugemüllt wie das manche andere machen also ich habe ja oft schon diesen dieses ich habe so ein e mail ding wo man oben sagen kann mach mal unsubscribe und das drücke ich ganz gerne wenn so sachen irgendwie mehr als alle woche kommen und das man den joy camera ist üblicherweise nicht mehr als einmal im monat also die lassen sich wirklich zeit die packen da wirklich die die lassen das so lange anwachsen und kondensieren bis ich es auch tatsächlich lohnt also wird jetzt nicht für für jede kleinigkeit irgendwie ein ein newsletter rausgehauen das ist ja eben sehr e mail box in box schonend und wie gesagt man kriegt halt wirklich mal wieder so ein überblick über verschiedene sachen da sind videos drin verlinkt hier gibt es die sonderangebote lagerräumung auslaufartikel reduzierte demo ware zu preisen zweite wahl muster bis 60 prozent reduziert also es lohnt sich tatsächlich den newsletter sich zu shoppen und das könnt ihr tun indem ihr auf den link bei uns in den schon uns klickt da geht es direkt zur seite wo ihr euch für den newsletter eintragen könnt und ganz ganz wichtige und höchste empfehlung da kriegt man übrigens dann wenn man hier auf die web version geht kriegt man auch noch mal überblick über die älteren sachen die da rausgegangen sind also falls man noch mal irgendwas nachgucken möchte was vielleicht im shop nicht so detailliert ist auch das findet ihr hier und ja haut da mal rein und wir sagen dankeschön enjoy camera für die unterstützung wie gesagt happy shooting 2020 der gutscheincode der ist tatsächlich einmalig und exklusiv nur für euch und ja gut daumen hoch und dankeschön schönes ding ja ist immer schön wenn da mal so sonderangebote drinstehen wie ja du tatsächlich also es ist es ist es ist wirklich kein so ein pusher ding also du ich kenne das ja von anderen sachen und ich bin da total schnell im wegklicken und sagen ja nichts da aber enjoy camera ist so einer von den von den newslettern die mache ich auf und gucke erst mal was drin schon sehr schön kommen wir zum thema ja das ich habe hier mal geschrieben thema das canon event canon event hat stattgefunden wir hatten es angekündigt einige von euch haben auch tatsächlich ein bisschen im slack bericht erstattet darüber fand ich ganz nett und ja worum geht es canon hat unter anderem zwei kameras vorgestellt zwei neue kameras aus der r-serie nämlich die r5 und die r6 natürlich auch noch ein drucker vorgestellt ich weiß nicht ob wir bis zu dem noch vordringen können wir auch gerne lassen ich denke mal am meisten interessiert euch die kamera und unsere meinung dazu ich konnte mich auch schon zu einem blog eintrag dazu hinreißen lassen vorweg vielleicht so ein klassisches tr ttl dr nee was ist das beim gucken tldw to long didn't watch ich finde beide kameras extrem spannend und eine macht mich ganz besonders an also ich habe das ist wird euch überraschen bleiben sie dran die neue fuji ich habe mir ja den vier genau ich habe mir den event ja angeguckt ich habe mir ich habe mir tatsächlich die zeit genommen warst du dabei ja natürlich habe mir den live angeguckt ich hatte dann erzähl doch vielleicht mal so wie wie du das wahrgenommen hast wie haben die das rübergebracht von der dynamik her war das okay war das spannend oder hätte man sich auch schenken können ich fand es nö das war so okay das war jetzt so wird also wer die wwdc keynote angeguckt hat auch auch der canon event war vor produziert die haben das natürlich vorher aufgenommen das war also kein live event der wurde dann live gestreamt und da hat eine eine frau hat das präsentiert und die hat dann halt verschiedene leute reingeholt um dann über verschiedene sachen zu reden also dazu quasi den den mc gemacht gibt seine weibliche form davon die mc egal microphone checker ist das heißt master of ceremony aber okay ja ist schon klar ja und sie haben das schön aufbereitet interessant gemacht also ich fand das tatsächlich nicht uninteressant und ja es war durchweg spannend fand ich also gut gemacht bravo war kurzweilig und ich meine natürlich ging es hauptsächlich um den inhalt ich meine wer wer solche kameras jetzt da raushaut das ist schon ist schon interessant was da was ich kann und als rausgelassen hat es waren jetzt nicht hyper viele überraschungen dabei weil im vorfeld dann doch schon einiges rausgekommen ist die leute haben also die die tester haben teilweise die kameras schon monatelang vorher gehabt zumindest prototypen also insofern war das jetzt nichts ganz wildes empfehlen kann ich übrigens peter mckinnon ja peter mckinnon aber der der ist sehr gute videos dazu das natürlich canon ambassador und was weiß ich alles ja er spricht aber trotzdem also wenn die video sieht der der hat das herz schon am richtigen fleck auch wenn er am besser so was ja ich glaube wir machen erst mal kurz die preis geschichte weg dann ist das auch den stein erst mal weg die r5 ist das absolute flaggschiff das ist also die oberklasse man man sagt so ein bisschen da kommt so ein bisschen das rein was canon mit der 5d seinerzeit gemacht hat damals 5d das erste bezahlbare vollformat was überhaupt das erste digital ich weiß es nicht jedenfalls sehr gut 5d mark 4 hat dann auch wieder ein paar maßstäbe gesetzt schön jetzt machen sie es mit der r5 das also quasi alles reingebaut was sie reinbauen konnten und wird hier du hast ja die dollar preise aufgeschrieben 3900 dollar round gebaut also wir liegen irgendwo so bei 4000 plus euro wahrscheinlich mit genau mit dem 24 105 f4 mit is und so liegt man dann bei 5000 dollar ja was das dann in euro genau das werden wir sehen da ist übrigens aufpassen angesagt weil ich habe nämlich schon gesehen dass das ganze mit einem 24 105 kit verbraucht verbraucht verkauft werden soll was keine durchgängige blende von vier hat sondern eine blende von vier bis weiß ich nicht ja muss man irgendwas muss man aufpassen also bei der r6 sieht man es der basispreis gehäuse ist zweieinhalbtausend dollar und die haben zwei kits das eine ist das 24 bis 105 ist stm das ist das mit der nicht durchgängigen blende da kostet dann das geht 2900 dollar und mit dem f4 durchgängig l objektiv kostet nämlich dreieinhalb oder mehr als dreieinhalbtausend dollar das heißt da ist dann schon mal ganz deutlicher unterschied zwischen den zwei objektiven was den preis angeht wie es qualitativ ist kann ich nicht sagen habe ich noch nicht in der hand gehabt aber ja muss man nur im hinterkopf behalten gut schauen wir mal was die beiden gleich haben das ist glaube ich mal erst interessant also full frame sind beide beide haben auch gehäuse gehäuse nahe zu identisch von der größe her fünf achsen ibis also fünf achsen in body image stabilization der sensor wackelt das absolutes novum für kanon kameras gab es nicht ja gibt es als allererstes mal werden wir noch darüber sprechen genau mit mit stabi vom objektiv zusammen bis acht stopps sagen sie genau ich habe inzwischen gefunden ohne stopps ist die rede von fünf oder fünfeinhalb blenden stufen ja was gut ist kann hinkommen also je nach je nach stabi und so weiter im objektiv arbeiten die dann zusammen beide kameras haben mechanischen shutter bis 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 zwölf frames pro sekunde also up to was immer das jetzt auch beeinflusst weiß ich nicht wahrscheinlich belichtungszeit oder so ja belichtungszeit zum beispiel ja es gibt es gab es schon bei anderen kameras 30 sekunden belichtungszeit mit zwölf bildern pro sekunde yes nee es gab es schon bei anderen kameras dass die belichtungszeit die dass die frames pro sekunde sich verändert haben wenn man einen batteriegriff dran hatte zum beispiel das dann schneller das kann zum beispiel sein habe ich hierbei noch nicht gelesen habe ich auch nicht gelesen und mit silent shutter also sprich voll elektronisch 20 frames pro sekunde das haben beide gleich genau in allen video modi weil video ist ein wichtiges thema für diese kameras in allen video modi schießen sie 10 bit 4 2 2 was qualitativ ist recht gut ist inklusive c log also canon log format das ist also dieses flaue kontrastarme format was man hinterher dann mit den entsprechenden lads graden kann beide machen sie 4k video over sampled das heißt sie schießen mit mehr pixeln als sie nachher in 4k haben das heißt es wird mit mehr auflösung geschossen und dann runtergerechnet auf 4k was weiß ob das dann eine 6k ist hast du irgendwas zu finden können ob die 6k gleich drunter gehen wir gucken da gleich drauf aber es wird auf jeden fall beide schießen over sampled und rechnen es runter das heißt da ist ein komplett neuer prozessor drin in beiden das haben wir ja schon mal in der vergangenen sendung gesagt dass es wohl so aussieht dass das kanon das bisher das problem hatte dass sie ihre prozessoren nicht im griff hatten und das haben sie jetzt wohl tatsächlich gefixt beide haben sie dieses dual pixel af also autofokus mit diesen auf sensor pixeln und das edge to edge das heißt autofokus über den kompletten sensor in allen modi auch in allen video modi was vorher auch nicht ging bei allen kameras es gibt das ist ein sehr sehr gutes autofokus system also das habe ich schon von sehr sehr vielen reviewer gesehen von vloggern gehört die zu kanon kameras greifen weil die einfachen butter weichen und sehr zuverlässigen autofokus haben bei diesen live view modus und das hat man ja halt hier bei spiegel los also sehr sehr gut ja dann haben wir neuen akku den lp 6 ganz kurz dazu weil wir gesagt hatten peter mckinnon wenn ihr bei peter mckinnon euch das video anguckt wo er gesagt hat gewloggt mit der kanon r5 oder first vlog mit mit kanon r5 schaut euch das mal an macht das macht den ton nicht so laut am anfang nur weil das ein bisschen stille landschaft zu sehen ist es wird nach ein paar sekunden sehr laut und schaut euch das mal an da sind die somit mit quads irgendwie durch den schlamm durchgefahren und da gibt es eine szene bei drei minuten parzer quetschte wo er quasi mit diesem weiten winkel die also die kamera hat und zeigt das quad quasi vor sich und sagt dann da haben wir eins und dann haben wir zwei und dann oder drei oder vier oder irgendwie eine zahl zeigte mit den fingern dann geht also auf die kamera und wieder hin und her und dieses ganz kurze hin und her obwohl da nur diese kleinen finger drin sind da geht dieser autofokus quasi so richtig hin und her ich weiß nicht das ist irgendwie witchcraft also zauberei nun ja also neuer akku fand ich cool neuer akku lassen wir beim akku weitermachen gleiche akku bauform aber das ist eine weiterentwicklung des akkus ja weiterentwicklung hat 15 15 prozent mehr kapazität so wie ich das gelesen habe ist abwärtskompatibel und das mag ich ja dass also hier alles alles in dieser größenklasse an kameras den gleichen akku verwendet du kannst auch die alten akkus weiterverwenden und dem neuen akku in die alte bodys schrang genau dann hast du bei deiner 5d mark 4 keine 900 bilder für auf einem akku sondern halt irgendwie über 1000 das ist schon eine sehr gute lösung genau also das haben sie auch gemeinsam gemeinsam haben sie den flip screen also der 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 screen lässt sich ausklappen zur seite und dann umdrehen kannst du also damit tatsächlich vloggen das ist das klassische prinzip wie bei meiner olympus omd halt auch genau dass man den ach so das ist die alte also eben nicht dieses hier eben nicht dieses hier dass man den nur nach unten oder nach oben klappen kann was eben leute gerne mögen wenn sie halt auf der achse den den monitor haben sondern es ist wie bei der mark 2 und bei der mark 3 dass der halt raus klappt zur seite klappt ja das stört einige mich stört das auch ein bisschen aber man muss schon sagen dass es unterm strich auch relativ praktisch sein kann gerade bei video zeug weil oben auf der kamera sie ist dann noch irgendwie zeug montiert wie mikrofon und so weiter dann hilft es dir auch nicht wie bei sony wenn du den nach oben klappst also das ist schon eine ganz gute lösung genau ich habe ja noch joystick stehen das ist glaube ich hinten bedienungs nicht mehr diese komischen bar drauf swipen sondern genau bei der er hatten die ja so eine touch bar eingeführt so als versuchsmodell mal für modernes bedienelement mal was anders zu machen das kam überhaupt nicht gut an canon hat gehört und jetzt gibt es sind wieder ein joystick zum beispiel zum direkten verstellen des fokuspunktes sehr gut ja dann haben sie neuen sensor beide da das ist also auch noch alles neu entwickelt der neue prozessor heißt die die digi c und soll wohl auf derselben technik wie der 1d x mark 3 prozessor sein ja wie auch immer es ist auf jeden fall ob es derselbe ist oder eine weiterentwicklung genau ich weiß es nicht du kannst den autofokus umstellen zwischen leuten und tieren also der hat da zwei modi quasi das ist sehr flott alles wir reden davon 50 millisekunden für den fokus oder sowas und das auch bei sehr wenig licht dick x werden wir gerade korrigiert heißt der dick x prozessor ja habe ich und der ist meine ich auch in der 1d x drin weiß ich jetzt nicht ob das der gleiche ist aber wahrscheinlich möglicherweise gut bluetooth haben sie beide usb c haben sie beide und micro hdmi haben sie beide was schon wieder interessant ist weil da kommen micro hdmi profis nämlich und sind alle sehr angepisst weil das kein mini hdmi sondern ein micro hdmi ist der noch kleiner ist als der mini hdmi aber halt auch nicht so stabil der ist so ein bisschen ja ich weiß auch nicht ich habe ein mikro noch nicht in der hand gehabt aber der mini ist jetzt nicht so der stecker also in den mini habe ich habe ich hier in der 5d mark 4 dran ich glaube das ist der mini und der ist natürlich ein profi umfeld nicht problematisch weil du kannst du nicht festschrauben brauchst dann irgendwelche zusätze um das dann auch damit man sich aus versehen rausreißt bei einer produktion oder so eine pistole egal gucken uns die unterschiede an zwischen den beiden die r5 hat 45 megapixel die r6 hat 20 megapixel so da sind sie schon mal ja unterschiedlich also da sind sie mit dem 45 megapixel unter der großen 5d wie heißt sie es geblieben die hat ja 50 oder 51 oder so etwas aber man sagt dass die bildqualität wohl vergleichbar sein soll aber ich glaube auch nicht dass man glaube auch nicht dass man den unterschied wirklich erkennen kann und die 20 megapixel da waren doch einige etwas überrascht dass im jahre 2020 kanon eine neue kamera rausbringt mit nur 20 megapixeln also man hätte ja jetzt wenigstens gedacht so 24 oder sowas in der größenordnung und es soll tatsächlich der sensor aus der 1d x mark 3 sein okay ob der noch mal weiterentwickelt wurde oder ob es derselbe ist das weiß ich nicht aber es sind eben nur 20 megapixel sind 20 megapixel wirklich so wenig nein aber es ist weniger als 45 ja das schon also im vergleich hat die natürlich deutlich weniger aber in der praxis wird das die meisten leute wahrscheinlich nie wirklich anfassen können wir nachher über beim fazit noch mal genau also kann ich was zu erzählen iso bereich ist bei der r5 nicht ganz so groß wie bei der r6 da ist da gibt es also wir reden hier extended 100.000 und bei der r6 irgendwie bis 200.000 das ist wahrscheinlich den größeren pixeln zu schulden richtig mal der dynamik umfang ist ein bisschen besser die sensor fläche ist leicht die pixel sind weniger also ist jeder pixel größer genau rausch weniger bei der r5 gibt es eine neuerung die ich da noch nicht gesehen habe und das ist das mode dial da wo man zwischen manuell und aperture und shutter speed und so weiter umstellt das ist jetzt ein drehrad mit einem knopf in der mitte also wenn man den modus umstellen will dann muss man den knopf rein drücken bei der r5 bei der r5 genau weil das drehrad für andere dinge verwendet wird das drehrad ja für viele dinge genau also du hast halt bei der bei der r5 hast du halt hier nicht ein wahlrad um den modus einzustellen oben auf der schulter sondern da ist ein display drauf und da gibt es eben ein knopf neben dem display den kann man drücken das ist dann der mode knopf und das hat halt den vorteil dass du ein schulter display hast das heißt du kannst eben auch ohne aufs display zu schauen das display kann also ausgeschaltet sein und du musst auch nicht durch den sucher gucken und kannst halt die einstellungen der kamera ablesen wie man das auch von diesen größeren spiegelreflex kameras vielleicht gewohnt ist wenn man halt oben auf die kamera guckt sieht man gleich was eingestellt ist das kann man sich da anzeigen lassen aber du musst eben den mode knopf drücken und kannst dann am oberen daumen rad den modus verstellen der frank schreibt gerade sei wie bei der r das kann gut sein dass habt ihr habe ich noch nicht so wirklich auf seiner hand gehabt nur gut mit schulter display die r6 hat das nicht das schulter display dafür hat sie ein richtiges die hat stattdessen genau das ganz traditionelle modus wahlrad ja dafür siehst du aber auch ohne aufs display zu schauen nicht was eingestellt ist also es gibt kein dauer display wenn du so willst genau dual card slots die r6 die kleine hat zwei sd-slots die r5 hat einen cf express also das ist das zwei verschieden etwas schnellere format da kommen wir gleich beim video noch mal drauf warum das notwendig ist dafür braucht sie das halt und ich denke mal dass sie sich also entweder war der platz nicht da aber ich denke mal dafür brauchst du einfach mehr platz jetzt zwei cf express slots zu machen das wäre konsequent gewesen dual slot und dann eben beide die schnell aber wer wer will denn seine alten sd-karten jetzt wegwerfen von denen ja irgendwie so ein das kann auch ein grund kann kann ein grund gewesen sein und platz wird wahrscheinlich der andere grund gewesen sein hast halt mit zwei karten zu tun muss man auch mögen ja ja unterschied wifi unterschied der 5 kann 2,4 und 5 gigahertz die r6 kann nur 2,4 gigahertz das kann relativ relevant werden also ich habe mal jetzt bei mir im augenblick ist bei mir zu hause nicht so relevant weil ich muss immer noch für irgendein equipment das 2,4 gigahertz eingeschaltet lassen aber realistisch bin ich hier nur noch im fünf gigahertz unterwegs weil hier so viele wlans im umfeld sind okay ja ist hier ist hier auf dem lande bei uns gerade noch nicht so das thema das ist ja auch land aber ich weiß nicht was die hier na gut der viewfinder ist uns drei wlans hat dann genau der viewfinder 5,7 millionen punkte bei der also sehr hoch auflösend bei der 5 und nur in anführungszeichen nicht eine auflösung von 1600 mal 1200 bildpunkten im sucher im so das ist ja das display von der 5 ist ein bisschen größer als das von der r6 aber nicht wirklich viel 32 zoll gegen 3,2 zoll genau ist auch ein bisschen höher aufgelöst die r5 trägt eine eine der buchse noch mit die die r6 nicht mehr hat und das ist die pc sync buchse für den blitz ja das fand ich geil das ist glaube ich tatsächlich mittlerweile der am allerlängsten bestehende stecker standard der heute noch eingesetzt wird die pc das ist echt stark an der kamera und die r5 hat die also wer noch blitze damit triggern möchte der kann das tun ich finde es es ist ein anachronismus vom feinsten aber ja der ich glaube ich glaube dass die zielgruppe weiß das sehr zu schätzen also ich weiß es auch sehr zu schätzen dass das da drin ist ja david sagt noch was von stativ anschluss stativ anschluss haben beide was damit meint haben beide keine ahnung schreibst du mal in slack vielleicht kommt vielleicht schreibt mal rein was ganz genau ja sehr schön mikrofon ist fand ich übrigens auch interessant die beide kameras haben ein eingebautes mikrofon das ist kann jetzt also ich weiß nicht ob man mit diesen kameras vloggt aber wenn man damit vloggen möchte ist das vielleicht interessant die r5 hat nämlich nur ein mono mikrofon eingebaut kann aber voice memos machen das heißt man kann zu den bildern der notizen drauf sprechen oder eben auch so eine notiz drauf sprechen weißt du wie die ein darin landen auf der karte als mp3 das kann ich dir nicht sagen kann ich dir nicht sagen hatten alte kameras hatten das der strecken war so auch schon habe ich aber nie ausprobiert jetzt weiß ich was die mit stativ anschluss meinte als ältester standard ja es ging um stecker es ging um stecker nicht um stecker gewinde gewinde gibt es ja pc simpukse gibt schon lange genau ist der älteste stecker glaube ich mit wo elektrizität und die r6 hat ein stereo mikrofon drin was zum vloggen etwas interessanter sein könnte wenn man denn das interne mikrofon benutzen möchte hat aber keine voice memo funktion wer es braucht genau es braucht kommen wird zum spannenden teil aber das war jetzt schon nicht unspannend aber spannend wird es jetzt richtig und zwar den video den video bereich da ist ja da sind leute ich habe ich mache ja the future of photography zusammen mit jeremiah chetik der ist regisseur in hollywood und dem sind schon so speichelfäden runtergelaufen als er mitbekommen hat was die kann also kann glaube ich also da reden wir von 8k dci dci ist der ja der cinema standard es gibt ultra hd und dci die sind klein bisschen anders von der auflösung von der breite und das dci format ist halt das was dann hinterher irgendwie in diesen projektoren besser läuft und so wo nichts mehr gekroppt und sonst was werden muss das macht sie also 8k 8k video 4k dci 4k oder und full hd und so weiter und zwar in der kamera ohne externen recorder also auf die cf express karte und zwar in der kamera mit 30 frames immerhin und das full sensor kein 8k 8k 30 frames in kamera jetzt wissen wir aber auch warum der sensor 45 megapixel braucht weil man braucht die für solche auflösungen ja wo soll sie sonst herkommen genau 4k immerhin bis 120 full hd nur bis 60 das hat mich so ein bisschen gewundert warum ich kann mir nicht vorstellen dass das stimmt doch also ich vermute immer noch ein fehler in den specs ja ich habe es gelesen ich habe auch gesucht aber keiner glaubt das weil wenn die 4k 120 aufnimmt dann würde man hd 240 erwarten aber mindestens auch ein hd 120 das ergibt gar keinen sinn ich verstehe es auch nicht ganz wir werden sehen ob das fehler war wir werden sehen ja ja und die r6 macht ja hd 120 also das kann nur ein versehen sein na gut wir machen erstmal kurz die r5 weiter oversampling 8 auf 4k also wenn du 4k video schießt in der kamera was wahrscheinlich der standard fall heute sein wird wird das mit 8k geschossen und runtergerechnet und wir wissen dass wenn man in hohem einer hohen auflösung fotografiert und dann runterrechnet oder auch video macht das dann einfach die schärfe zunimmt man hat mehr details in dem bild der schärfe eindruck wird einfach besser genau klar genau aber von 8k tatsächlich jetzt hätte ich auch gedacht dass sie sondern mittelmaß halt nehmen dass sie mit 6k oder sowas aber die arbeit mit 8k hdmi out diese 422 10 bit ist klasse dass das c log also dieses kanon log format dann schreibt sie nach h2 65 h2 64 was die kodex angeht avc raw wahlweise mit all i oder ipb also diese zwischengerechneten frames oder alles i frames also alles einzel frames was dann entsprechend entsprechend sich in vielen vielen daten äußert wenn wir 8k kannst du leichter schneiden dann ja ja wobei ob du das leicht schneiden kannst da brauchst du ja nun gut wir reden jetzt nicht an deinem 20 15 er notebook das ist schon klar nee nee wir reden bei 8k braucht schon ipad dafür genau wir reden bei 8k raw von 2,6 gigabits pro sekunde durchsatz 2600 megabits das sind fast 20 gigabyte pro minute also in einer minute 20 gigabyte das kleinste was die kamera macht nämlich ja full hd in 24 frames pro sekunde braucht nur 28 megabits pro sekunde also 28 megabits pro sekunde gegen 2600 megabits pro sekunde ja nun das ist halt eine quadratische formel nicht wahr mit der größeren fläche und so das das nimmt halt zu ja es ist schon geil gut das kann die kamera aber nicht ganz ohne limits weil das ist tatsächlich auch zu schön prozessor aufwendig die kamera hat keinen lüfter drin und auch nicht irgendwelche peltier elemente das heißt es gibt ein zeit limit das ist nicht ganz klar festgelegt sie sagen bei zimmertemperatur im 8k modus 20 minuten im 4k modus 25 minuten ansonsten haben sie das diese 30 minuten limit drin das glaube ich aus steuergründen oder zollgründen irgendwie immer noch da drin ist und ich vermute mal wenn man in den tropen schießt wo es halt wärmer als zimmertemperatur ist das dann auch entsprechend kürzer wird sie schneller ein problem haben das hat übrigens auch der peter mckinnon in seinen beiträgen durchaus deutlich erwähnt dass er probleme mit der überhitzung hatte bei der r5 wobei jetzt unklar ist ob es ein problem mit dem vorserien modell ist oder ob das einfach ja ein problem ist was jetzt nicht ohne weiteres gelöst bekommst aber er sagt eben auch dass er eben die ganze zeit der 8k und 4k 120 am wursteln war und selbst wenn du dann nicht 20 minuten am stück drehst sondern immer wieder kurze clip drehst wenn du halt wenig pause zwischen den clips hast dann ist das für die kamera halt hier am stück drehen und dann wirst halt zur pause verdonnert ja wird sich jetzt zeigen wie das in der realität dann aussieht wenn man nicht peter mckinnon ist der auch ein bisschen also der macht schon geile videos aber der ist auch ein bisschen wahnsinnig mit seinem equipment ja schon wenn das jetzt in einer normalen produktion genutzt wird muss man mal gucken ob das wirklich ein problem ist das wird sich zeigen aber ich sag mal so dann kauft man halt eine zweite r5 dann wechselt man halt dann kann die eine ja abkühlen auto bei dem schnäppchenpreis geht das ja wobei also das problem genau ich sehe schon den zubehörmarkt da werden dann so kühltaschen mit eingebauten eisfächern und peltier elementen und so kommen die kamera hat irgendwie eingepackt ne so so wo andere im winter die kamera in was warmes einpacken damit sie nicht beschlägt und damit die akkus lange halten machst du das halt jetzt dann umgekehrt die kühlbox für die für die akkus mitnehmen genau sie hat eine funktion die ich die mich sehr freut nämlich zebra wenn du video schießt videofilmer kennen das das ist quasi eine im live bild oder im sucher sichtbare ja so zebra streifen also streifen die man richtungs warnung genau die man einstellen kann auf ab wie viel prozent belichtung die die loslegen sollen damit kann man beim video drehen relativ schnell feststellen ob es irgendwo in die richtung über belichtung geht manche packen es auch auf plus eine blende dann hast du irgendwie weiße haut töne damit abgedeckt also da gibt es verschiedene möglichkeiten ich vermute dass man das ja auch konfigurieren kann das zebra vor allem wenn wenn du produziert fürs fernsehen oder sowas dann hast du ja am fernseher hinterher nicht den dynamikumfang den vielleicht am computermonitor hast das muss alles berücksichtigen da gibt es dann so regeln so kann man sich dann einstellen gut dass man die r5 mal sacken und machen ist ein biest kann man mal festhalten ist ein biest ja die a6 macht immerhin 4k uhd also nicht das dci sondern nur hat nur in anführungszeichen uhd full hd ist das 4k für uns alle das 4k was eigentlich für alle irgendwann mal völlig ausreichend was man hier auf youtube jetzt gerade sieht unser ding das ist 2k das ist full hd ja 4k 60 hd full hd 120 nicht das video ist nicht ganz kopf frei bei der r6 das hat einen crop von 1,07 don't ask okay don't ask me was das heißt aber er wird sich er wahrscheinlich einfach an anzahl der pixel und mechanik beim auslesen und so wenn du dann keine krumm zwischenwerte haben willst musst du wahrscheinlich irgendwas machen keine ahnung hätten sie dann tatsächlich ein 21 megapixel machen müssen ja aber auch beim 4k video macht sie oversampling das heißt sie schießt mit höherer auflösung nur kann sie halt wegen den 20 megapixeln jetzt nicht so viel hohe auflösung liefern macht aber immerhin ein oversampling von 5k auf 4k runter ok immerhin hdmi out 422 10 bild c log im manuellen modus die andere kann das in allen modi irgendwie und kann auch nicht all i frames schießen sondern schießt nur mit diesen intermediate frames das ist also vom video es ist ein bisschen komprimierter braucht weniger platz aber ist nicht qualitativ aber speichert auch video raw oder ja speichert soviel ich weiß auch raw ja glaube ich denke ich oder das ist eine gute frage legen wir uns jetzt nicht fest legen wir uns nicht doch doch macht raw macht raw video doch doch ja 4k raw ich glaube schon ich sage nichts unter meinen anwalt aber ich glaube schon vom gewicht her die r5 vom gewicht her ist oder war es die r6 also gewichtstechnisch ein bisschen leichter als so eine 5d mark 4 mit der sehr verglichen werden wird wahrscheinlich aber nur 150 gramm leichter also so viel ist es dann auch nicht wenig tatsächlich ja gut dafür ist der bildstabilisator drinnen der braucht wahrscheinlich ein bisschen platz und diese kleinen gegengewichte diese das macht es schwer ich weiß nicht also guck dir mal so eine mechanik an von so einem bildstabilisator da ist schon holz hinter ja ein großer sensor die hat auch wucht Wuchtwutowsität der will bewegt werden genau laut kanon soll das weathersuleing also die die abdichtung gegen regen und sowas soll so gut sein wie bei der 5d mark 4 bei der habe ich noch nie probleme gehabt mit irgendwelchen eindringenden wasser das heißt da würde man mal von ausgehen können batterie ist ja, bei der R5, da reden wir von also wenn man mit dem LCD arbeitet von knapp 500 Schüssen wenn man mit dem Electronic Viewfinder arbeitet, sogar nur von 320 Schüssen, das ist die offiziellen Informationen, die ich gefunden habe das heißt, du wirst wie es halt bei spiegellosen Kameras üblich ist, im Vergleich zu einer Spiegelreflex wirst du halt nochmal irgendwie 1, 2, 3 Batterien mehr mitnehmen müssen wenn du mal länger unterwegs bist ist das halt die R6 kann ein bisschen mehr mit den Schüssen, hier hast du die Liste hier reingemacht mit Anzahl Schüsse oder hab ich das reingemacht ich hab mal ein paar Vergleiche dazu reingeschmissen also die Anzahl der Bilder eben mit einer Akkuladung du hast es gesagt, also interessant ist ja, wenn du den den Sucher benutzt, dass du weniger Bilder schaffst, als wenn du das Display benutzt, das ist erstmal so ein bisschen nicht ganz intuitiv ich dachte auch immer, das ist das Problem der Größe der Leuchtfläche aber das ist wohl nicht so scheinbar nicht, also der Sucher, der eingebaute Sucher braucht mehr Strom als das Display hinten drauf nun ist es natürlich so, dass der eingebaute Sucher auch eine ungleich höhere Auflösung hat also es ist wahrscheinlich einfach ein Problem der Anzahl der Pixel, die da bedient werden wollen aber gehen wir mal von dem Sucher auch aus dann haben wir nicht immer zwei verschiedene Zahlen das heißt mit dem Sucher soll die R5 eben diese 320 Bilder schaffen also nach diesem Standard halt die R6 liegt da ein bisschen drüber ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl und wenn wir das jetzt mal vergleichen mit der Panasonic mit der S1R eine recht vergleichbare Kamera vielleicht also zumindest vom Format her und so schon ein bisschen älter da liegen wir bei 360 Bildern also ungefähr so in dieser Größenordnung die Nikon Z7 bei 330 also auch ungefähr so diese Größenordnung Sony, das ist eine von den A7en wäre schön gewesen, ich hätte dazu geschrieben welche wahrscheinlich die Vierer oder die Dreier ich weiß es nicht genau bei 530, deutlich drüber also Sony ist da tatsächlich der Vorreiter bei allem was ich so gefunden habe bei den Spiegellosen ja und eine Mark IV wie du sie da hast als Spiegelreflexkamera die eben nicht permanent mit dem Display läuft wenn du den optischen Viewfinder benutzt der natürlich überhaupt gar keinen Akku braucht das bist du bei 900 Bildern das ist natürlich ein ganz anderer ist halt ein ganz anderer Schlag und ich habe mal nachgeguckt hier die Olympus mit der ich arbeite die ist angegeben mit so 440 Bildern also auch drüber obwohl der Akku viel kleiner ist aber natürlich ist auch die Auflösung geringer und so weiter da sind wir Spiegelreflexianer natürlich halt immer noch verwöhnt also mit der Mark IV mache ich 900 Bilder wenn ich den Bildschirm hinten nicht verwende und ja das würde mir glaube ich am meisten wehtun mehr Batterien rumschleppen zu müssen vielleicht aber auch gar nicht das kann ich wirklich nicht sagen also es ist anders das kann ich dir aus Erfahrung sagen ich war ja sonst immer also sonst früher mit der Spiegelreflex unterwegs und da war es tatsächlich so dass ich einen Reserveakku dabei hatte so für den Fall der Fälle aber meistens bin ich mit einem durchgekommen wenn ich mal den zweiten gebraucht habe ja dann war das schon langer Abend so oder sehr sehr viele Bilder natürlich hatte ich mehr in der Tasche aber das war mehr ein Backup wenn mal einer verloren geht oder wirklich kaputt geht mit der Olympus mit der OMD mit der Spiegellosen bin ich eigentlich zu den größeren Einsätzen immer mit mindestens drei Akkus wenn nicht vier Akkus losgefahren und habe auch häufig mal so drei Stück auch gebraucht dann tatsächlich jetzt hier mit der Mark II weil das wieder andere Akkus drin sind das ist das was so ein bisschen blöd ist da sind halt andere Akkus drin die halten dafür ein bisschen länger da habe ich zwei Stück davon und bei längeren Einsätzen habe ich sie beide dabei und ich habe dann aber auch das Ladegerät dabei das heißt ich war auf einer Hochzeit unterwegs habe mit der einen fotografiert bis der Akku leer war habe den dann irgendwo so am Rand wieder aufgeladen während ich mit dem ersten unterwegs bin und konnte dann am späten späten Abend dann wieder auf den ersten Akku zurück wechseln also du brauchst mit einer Spiegellosen mehr Akkus ist so gut muss man mit klarkommen dafür hat man ganz andere Vorteile ich würde sagen dass wir das Thema jetzt erst mal hier unterbrechen mal noch nicht über die Objektive reden das können wir in Ruhe nächste Sendung machen weil die sind tatsächlich auch interessant nicht uninteressant was da für Dinge rausgefallen sind die sind ein interessantes Thema vor allen Dingen aber lassen wir mal die Kameras so erst mal stehen ja was heißt das jetzt eine Meinung von dir dazu ja ich würde ich würde das einschätzen für dich ich habe sehr in mich reingeguckt ähm und und vor allem äh den hier nur ein bisschen beobachtet diesen Zuckfinger der so an der Maus klickt wenn da so ein Bestellknopf drunter ist und der hat sich gar nicht bewegt und ich glaube ich glaube ich bin jetzt tatsächlich so also es gibt einfach mehrere äh Dinge die jetzt an mir an mir ziehen das eine ist geile Technik muss man sagen das ist schon hier 4K Video ungecroppt und 8K Video und RAW und es ist es flasht erst mal total was das Ding kann In-Body Image Stabilization super klasse ähm zum anderen habe ich hier aber zwei Spiegelreflexkameras äh in die ich vor ein paar Jahren eine Menge Geld investiert habe das ist also erst mal eine ökonomische Komponente hier und im Moment größere Ausgaben sind im Moment eher auf die lange Bank weil äh Pandemie und Co ne du weißt ja nicht wo es hingeht die die Einnahmenseite sieht gerade ein bisschen dünn aus und die Pandemie ist noch nicht rum auch wenn manche Leute das nicht glauben wollen ähm dass äh ich rede da über Menschen die keine Masken mehr tragen was weiß ich alles also es wird tatsächlich ja ganz viel Kopfschütteln hier also auf jeden Fall es ist noch nicht vorbei ich habe also gerade heute einen Anruf gekriegt von ähm der Marketingabteilung bei uns in der Firma ob ich ähm beraten tätig sein könnte beim Thema Live Video Streaming super weil nämlich eine große Messe die alle zwei Jahre stattfindet in unserer Branche abgesagt ist das heißt sie fällt einfach mal aus und das ist die Messe bei der eben unsere Kunden oder auch die zukünftigen Kunden Kaufentscheidungen fällen und viel viel Geld ausgeben wie gesagt es ist alle zwei Jahre und das wenn das jetzt ausfällt dann haben wir die nächsten zwei Jahre nichts oder weniger und deswegen soll eben inhouse eine eigene Veranstaltung stattfinden und damit eben alle daran teilnehmen können soll es ein Live Streaming geben und das soll natürlich auch vernünftig gemacht werden ne also da sieht man schon man muss man muss was tun ja das ist nicht vorbei das ist so also ich aber noch mal zurück zum Thema also Ökonomie im Moment ist es wirtschaftlich einfach zu viel Unklarheit deshalb ähm zuck ich da schon mal überhaupt nicht zum anderen also der einzige Vorteil den ich möglicherweise mit diesen Kameras jetzt sofort hätte wäre das äh also der für mich sinnvoll wäre wäre die äh die Bildstabilisierung alles andere 8K Video 4K Video ich habe im Moment keine echte Anwendung dafür ich brauche es nicht ganz einfach ich brauche es nicht ich habe keinen ich habe kein Problem was diese Kameras lösen würden ähm selbst das mit der Bildstabilisierung ist ich habe damit kein Problem ich mache meine Fotos und die kommen raus und ich weiß wie ich mit meinen Objektiven umgehen kann und manche Objektive sind stabilisiert und manche nicht und am Ende ähm komme ich zu dem Ergebnis ja ich könnte wahrscheinlich zu noch mehr Ergebnissen kommen ich könnte wahrscheinlich noch äh zu schnelleren Ergebnissen kommen mit äh weniger drüber nachdenken und so weiter ähm aber ich habe nicht den Anwendungsfall im Moment ich habe kein Problem was die Kameras lösen würden insofern ist es für mich ich tatsächlich ich bewundere Kanon was sie gerade da mitgemacht haben aber äh ich persönlich ich ich es zuckt gar nichts im Moment ähm jetzt ist aber die Frage an dich Boris du bist ja jetzt äh verhaftet mit einem Kamerahersteller der gerade irgendwie auf dem absteigenden Ast ist und was ja wie geht es dir jetzt dabei ne was äh äh ja ich 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 habe gerade gedacht Igitt was bist du rational ja ich bin da komplett rational im Moment ich habe ich bin nicht emotional was diese Kameras angeht überhaupt nicht ich äh ich habe da so zwei Herzen in meiner Brust schlagen ein rationales und ein sehr emotionales äh Herz ähm also ich habe mir das durchgelesen ich habe mir das angeguckt ich habe mir Reviews angeschaut und ich muss sagen die R5 ist schon extrem geil und dann hat es bei mir aber irgendwie schon wieder Klick gemacht weil ich sage 8K brauche ich tatsächlich nicht also wenn ich 8K in ein paar Jahren irgendwann vielleicht mal brauchen sollen sollte brauchen sollte sagt man dann könnte ich ja entweder eine R5 gebraucht günstig kaufen weil die ist dann schon ein paar Jahre auf dem Buckel oder ich leih mir dann für das Projekt eine aus oder es gibt dann schon ganz andere Kameras auf dem Markt die das bedienen und wahrscheinlich bis ich 8K brauche gibt es längst 16K also das mal dazu ich brauche die Features der 8 äh der R5 brauche ich nicht die 45 Megapixel auf der einen Seite kitzelt mich das schon weil wie gesagt ich bin halt häufig im Telebereich zu Hause das ist ein einfach gigantisch großer Vorteil bei diesem Micro Four Thirds System dass ich mit sehr kleinen Objektiven sehr nah rankomme mit einer sehr guten Qualität das ist ein extremer Vorteil und ich weiß ja noch wie das war mit der 5D die habe ich auch noch Daniel ist damit regelmäßig unterwegs ich habe alle Objektive hier noch die ich für Canon angeschafft habe inklusive des langen Teles dieses 100 bis 400 das ist sehr sehr gut das macht auch viel Spaß damit zu arbeiten aber es ist eben auch verdammt groß und verdammt schwer und das merkt man wenn man mal irgendwie eine Weile mit der OMD unterwegs war mit entsprechenden Brennweiten das ist ein Unterschied auf der anderen Seite wenn du dann diese 45 Megapixel nimmst und sagst ich brauche diese Auflösung ja gar nicht dann könntest du auch mit einer kürzeren Brennweite arbeiten und eben croppen das wäre also eine Option auf der anderen Seite will ich dafür in Kauf nehmen ständig mehr Speicherplatz zu verbraten und mehr Zeit zu verbraten und den Lüfter hier von meinen Macs noch weiter hoch zu treiben für Auflösung die er zu berechnen hat die ich gar nicht brauche oder kann ich wahrscheinlich eine Kamera auf irgendeinen so einen S-Raw runterstellen wozu da ist die R6 tatsächlich für mich aus so vielen Punkten eigentlich die total vernünftige und viel bessere Kamera sie hat zwei SD-Karten-Slots das heißt ich habe ein Dual-Slot-Features mit Karten die ich schon habe und die ich hier direkt in den Rechner reinstecken kann ohne irgendwelche Adapter brillant also Pluspunkt Nummer 1 ich habe 20 Megapixel das ist die Auflösung die ich hier von dieser OMD kenne reicht für alles aus was ich bisher gemacht habe ist also weit drüber ich mache hier auch mit der OMD häufig wirklich sehr enge Crops noch irgendwo bei wirklich Auftragsfotografie das ist noch keinem aufgefallen hat sich noch keiner beschwert dass die Auflösung irgendwie zu schlecht wäre die Dinger werden auf Banner gedruckt und alles ist überhaupt kein Thema also 20 Megapixel schneller importiert braucht weniger Platz die Rechner sind schneller beim Bearbeiten der RAW-Bilder und 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 Riesenvorteil dann das Moduswahlrad oben drauf direkt einfach mal schnell den Modus umschalten ohne erst eine Taste zu drücken um irgendwas zu wählen ob es ein Vorteil ist oder ob das Display überhaupt ein Nachteil ist oder doch ein Vorteil wäre weiß ich nicht weil ich habe diese Kamera nicht ich habe auch keine R um das zu vergleichen vom Handling her Fakt ist die Olympus OMD die IM1 Mark 1 die Mark 2 die hat kein Schulterdisplay ich habe es in all der Zeit bei den spiegellosen Kameras nicht vermisst weil wenn ich irgendetwas einstellen will gucke ich sowieso durch oder ich habe das Display sowieso dann an und da sehe ich das auch sofort drauf also auch kein Problem also im Grunde genommen hat die R6 alles das was ich brauche ist endlich ein Canon Body mit einem stabilisierten Sensor das heißt auch meine Objektive die ich dafür habe oder die ich adaptieren könnte dann ja auch werden stabilisiert das war so ein Haken weshalb ich dann irgendwann auch aufgehört habe Canon Bodies zu kaufen weil ich nach der Olympus einfach diesen Ibis den Bildstabilisator so lieben gelernt habe und wenn der nur ansatzweise so gut ist wie der in der Olympus was schwer wird beim Vollformat aber ich würde es gern mal sehen dann schlägt mein Herz absolut für die R6 und jetzt ist halt nur noch eine Preisfrage sollte ich jetzt direkt klicken aus Lust und Laune ja aus Vernunftgründen nein weil ich brauche jetzt keine Kamera ich brauche sie jetzt nicht und es steht ja zu befürchten dass der Preis relativ schnell korrigiert wird denn auch wenn sie eigentlich günstig ist also für eine Vollformat Kamera mit diesen Features ist sie verglichen zum Einstiegspreis der Canon 5D Modelle die es bisher gab sehr günstig dann kann man natürlich sagen es gab ja aber auch eine 6D die deutlich günstiger war schon richtig aber eben nicht mit dieser Palette an Funktionalität auf der anderen Seite gibt es aber eine Z6 zum Beispiel und es gibt von Sony Kameras und Sony wird jetzt mit Sicherheit auch noch Nachfolger von den A7 rausbringen es wird gemunkelt dass jetzt noch diesen Monat der Ankündigung für die Nachfolgerin der 7S2 kommen soll und man munkelt auch dass Nikon gerade noch demnächst die Nachfolgerinnen für die Z6 und Z7 ankündigen wird also wir sind im Moment würde ich sagen es passiert wieder dieses Ping Pong die einen machen was geil ist dann kommen die anderen und machen was was vielleicht in anderen Punkten irgendwie super ist und wer jetzt also ich würde mal appellieren an alle die jetzt hier zuhören seid ein bisschen rationell und wartet vielleicht noch einen Monat ab was da kommt ich meine die werden eh jetzt noch ein paar Wochen brauchen bis die irgendwie auf dem Markt erhältlich sind wahrscheinlich sogar einen Monat sie haben schon gesagt dass sie später liefern werden also Lieferverzögerung jetzt schon haben werden weil die Nachfrage an beiden Kameras deutlich höher ist als sie erwartet haben also es denken nicht alle so rational wie wir und es gibt auch Leute die haben einfach wirklich drauf gewartet auf diese Funktion auf diese Funktion in diesen Gehäusen ich würde jetzt mal sagen ich werde tatsächlich sagen ich bin mir sagen wir mal zu 80% sicher dass ich eine R6 haben möchte glaube aber dass ich sie jetzt nicht sofort bestelle für den August auch wenn ich Bock hätte damit mal rumzuspielen weil ich habe jetzt einfach auch die Zeit dafür aber auf der anderen Seite denke ich dass der Preis runtergehen wird runtergehen werden muss und dann werde ich mich ärgern auf der anderen Seite weiß ich nicht ob ich ein Jahr warten will also du hast doch jetzt völlig funktionsfähige Kamera dann bestell dann kauft ihr doch noch eine gebrauchte es geht hier ums Prinzip nein das geht doch nicht um den Verstand kauft ihr noch eine gebrauchte als Backup Body die gibt es dann bald günstig nee das mache ich nicht mehr also auch das ist noch nicht zu 100% entschieden aber ich glaube ich werde kein Geld mehr in das OMD System investieren bis nicht geklärt ist wie das da weitergeht ja das ist ja keine Investition das ist ja nur eine gebrauchte Kamera das ist ja nee also bitte ja das ist aber Geld und das kann ich dann auch gleich in den R6 Body stecken na gut nee 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 die funktionieren ja beide noch ist wunderbar ich muss keine Kamera nein ich muss keine Kamera kaufen nee musst du gar nicht hab ich überhaupt nicht nötig kannst du jederzeit damit aufhören das ist alles gut nein nein vor allen Dingen weil wenn ich jetzt eine Canon Kamera kaufe also bevor ich gewechselt habe habe ich immer mit mir gehadert ich wollte immer so ein Canon 70 bis 200 mit Blende 2.8 haben ja und das habe ich nie gemacht weil die Variante mit dem Bildstabilisator einfach schweineteuer war und ich immer gesagt habe ohne Bildstabil will ich es aber nicht Punkt ja will ich nicht und dann bin ich gewechselt zur Olympus und hatte da eben andere Objektive war damit auch ganz zufrieden soweit wenn ich jetzt aber eine Canon kaufen würde würde ich mir natürlich ein 70 200 kaufen also eins ohne Stabi dann wahrscheinlich das treibt ja die Investition schon wieder hoch also alles keine Kamera alles nichts rechtes nö brauchen 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 wir sie alle nicht im Moment ich habe alles was ich brauche ich brauche nichts neues kaufen nein also für mich ist es diesmal tatsächlich so weißt du ich kenne mich ja dann sage ich erstmal ich bin ganz cool und dann irgendwie ein Monat später so Mist wird diesmal nicht passieren wird diesmal nicht passieren was ich vielleicht mache ist dass ich mal suche nach so einem Kameraverleih wieder das habe ich seinerzeit mit der 5D gemacht das habe ich auch mit der Olympus gemacht bei der Olympus direkt eben bei Olympus also die haben mir das direkt ausgeliehen die waren sehr nett vielleicht werde ich dann ja mal gucken in so einem Verleih vielleicht schreibe ich mal Canon an aber da habe ich wenig Hoffnung aber bei so einem Verleih einfach mal so eine R5 und eine R6 ausleihen einfach mal so einen Tag ausführen oder ein Wochenende und dann mal eine Entscheidung fällen na gut dann machen wir das Canon Thema jetzt hier mal zu und reden nächstes Mal also weil im Slack gerade die Frage kommt die 70 bis 200 28 von der ich sprach ohne Bildstabilisator wäre das EF Objektiv also das könnte man gebraucht einigermaßen günstig wahrscheinlich kriegen die 9 sind schweineteuer Entschuldige Themawechsel Themawechsel was du suchst den gerade Geldscheißer aber kein kein Dukatenscheißer hier hast du nicht sowas Blödes ganz schlimm lass uns kurz kommen wir mal zu was analogem genau analoge Themen wir haben zwei analoge Sachen das eine ist ein kann ich das jetzt hier mal schnell aufmachen müsste man doch hier mal ganz einfach sehen Moment muss aber auch erklären was man da sieht ich mach's jetzt auch mal hier ohne Ton das ist ein Blick in die Produktion bei Ilford nämlich Ilford hatte ja hatten wir vor ein paar Monaten schon mal drüber geredet wegen Covid und Schließungen haben die dicht gemacht da haben die erstmal noch kräftig produziert haben gesagt wir machen jetzt eine eine Pause in der Produktion wegen Lockdown und so weiter und haben quasi die Lager voll gemacht dass sie dann doch noch liefern können jetzt sind sie wieder zurück und haben hier dieses Video gebracht wo man tatsächlich mal in die Produktion guckt wie so ein Ilford HP5 einer der klassischen Schwarz-Weiß-Filme gepackt wird und von Maschinen durch die Gegend geschoben wird und 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 fand ich total spannend das mal zu sehen also sie produzieren wieder und das tatsächlich ja auch ein bisschen umfangreicher jetzt sie versuchen jetzt haben sie gesagt ihre ihre wie sagen sie also Filme Papiere und Chemie wird jetzt wieder gebaut und sie arbeiten jetzt Produkt für Produkt ab um den Backlog wieder aufzuholen sagen es kann noch ein paar Wochen dauern aber wir sind kräftig dran und bis es dann beim Händler liegt aber wir hauen wieder rein außerdem wird jetzt auch wieder geöffnet das Harman Lab das ist in der UK ein Fotolabor was eben entwickelt und auch Prints macht und so weiter und das war auch dicht und auch das Harman Lab wird wieder geöffnet und das sind ja gute News weil es war tatsächlich ja absolut so die Frage heißt das jetzt dass sie ganz man wusste es halt nicht genau aber sie sind jetzt wieder dabei und das ist ja sehr schön das war die Sache mit Ilford ich hoffe ich hoffe dass sie jetzt nicht einfach nur aus akuter Not aufgemacht haben sondern dass eben da auch für die Mitarbeiter entsprechende Sicherheit ist und so und nicht nach dem Motto Covid ist vorbei dann können wir jetzt ja davon würde ich jetzt mal ausgehen hoffen wir mal wir hoffen das mal ansonsten gibt es noch eine andere Analog News und das ist Kodak Alaris Kodak Alaris also von der Geschichte her Kodak war 2012 bankrott dann hat der UK Kodak Pension Plan also die Pensionskasse von Kodak hat quasi Teile vom Analog Business übernommen nämlich die Produktion von Film von Papier und von Chemie haben das umbenannt in Kodak Alaris und waren seither ganz gut dabei und jetzt gibt es einen Verkauf und zwar wird die Papier- und Chemiesparte verkauft nach China an eine Hongkonger Firma Sinopromise oder Sinopromise ähm die sagen von sich selber sie sind der largest distributor of Kodak Alaris in the world was mich nicht wundert in China boomt gerade so ein bisschen die Analog Fotografie und äh allein mit der chinesischen Bevölkerung äh wird wird dann wahrscheinlich die ganze Menge von dem Zeug umgesetzt äh scheint so dass ähm dass Alaris schon seit letztem Jahr nach einem Käufer gesucht hat für diese Teile also wir reden nicht vom Filmbusiness sondern von Papier und Chemie ähm 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 das Filmsegment wird allerdings auch nicht bei Kodak Alaris bleiben sondern das geht an Kodak Moments an die Kodak Moments Unit das sind die die so Online-Fotoservices Kiosks und solche Geschichten machen ähm was das heißt wissen wir noch nicht und ich kann nur alle Daumen drücken dass äh dass das äh Gutes bedeutet weiterhin für Kodak ähm 3X und so meine Lieblingsfilme ähm was in dem Rahmen auch nochmal reportet wurde dass äh dass Eastman Kodak wohl auch nochmal interessiert war äh Teile von der Papier- und Chemieproduktion von Kodak Alaris zurückzukaufen aber die hatten wohl einfach äh nicht die tiefen Taschen die Sinopromise hatte ne ja was heißt's ich weiß es nicht ich auch nicht aber das ist auch wieder das ist so ein ähnliches Ding wie Olympus die dann halt eine Sparte verkaufen was heißt das jetzt geht's weiter geht's nicht weiter ich kann das nicht sagen und ähm ich sag jetzt einfach mal äh ich mein ganz ganz böse das meiste von dem was wir hier kaufen kommt eh aus China das ist so also da wird's zumindest dann produziert tatsächlich ja also die haben die haben schon nicht alles wird auch da entwickelt Sinopromise hat wohl schon seit ein paar Jahren für den chinesischen Markt auch tatsächlich äh diese Sachen produziert also die sind jetzt nicht einfach so wir machen das jetzt mal von von scratch sondern die haben diese Erfahrung das heißt äh was da hinten rauskommt wird vermutlich nichts anderes sein als was bisher rausgekommen ist ähm außerdem ich ich sag mal so das Analogbuch was Moni und ich geschrieben haben das ist ja mittlerweile auch ins Chinesische übersetzt also uns kommt das ja zur Gute wenn der chinesische Markt boomt das äh ja schauen wir mal dann gut ah hm gut sehr schön im Slack ist gerade sehr lustig in der Postshow können wir vielleicht noch drauf eingehen jetzt gehen wir erstmal hier drauf ein happy shooting der Foto Podcast Werbung ja wir werden nämlich wieder unterstützt von Jimduo da könnt ihr euch Webseiten bauen und jetzt stellt euch mal vor ja ihr seht so eine Vorstellung von Canon die zwei tolle Kameras vorstellen und wollt einfach mal euer Herz ausschütten oder wollt einfach mal Pro und Contra abwägen sagt man wagen abwägen 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 ein Wagen zwei Wägen und wollt einfach mal aufschreiben was denn so eure Meinung dazu ist ne vielleicht noch ja paar Fotos die ihr bisher so macht mit der Kamera die ihr jetzt schon habt wollt vielleicht mal die Features vergleichen mit der Kamera die ihr jetzt schon habt und wollt das da draußen mit der Welt teilen da hilft so eine Webseite vielleicht sagt ihr aber auch das ist totaler Quatsch ist mir scheißegal was es da für Kameras gibt ich mache hier so geile Fotos ich verkaufe sogar Kalender die ich damit produziere oder Postkarten die ich damit produziere ist kein Scheiß ich habe da tatsächlich einige Stores gesehen von Fotografen die so Bundle verkaufen so Postkarten Bundle von Sehenswürdigkeiten wo sie eben wohnen also von ihrem Umfeld das fand ich eine sehr sehr clevere Idee handgestrickte Objektivwärmer zum Beispiel ja aber die hatten wir letztes Mal oder vorletztes Mal oder so aber wenn ihr zum Beispiel Postkarten macht könntet ihr zum Beispiel da auch einen Shop machen weil einen Shop selbst zu erstellen auf einer eigenen Webseite ist gar nicht so ganz trivial und wenn man das noch in Deutschland machen möchte mit dem deutschen Recht das Ganze unter einen Hut bringen möchte dann ist es nochmal etwas komplizierter und Jimdo nimmt das eigentlich so alles für euch ab das heißt ihr klickt einfach nur dass ihr einen Shop haben wollt und dann kriegt ihr schon die Seiten dafür angelegt schmeißt die Produkte da rein im Großen und Ganzen war es das dann schon und schon könnt ihr da Dinge verkaufen probiert das doch einfach mal aus vielleicht hilft euch das auch über die Corona Zeit hinweg und ihr müsst eben euch nicht Gedanken darüber machen wie man sowas programmiert wie man irgendwelche Plugins installiert für WordPress um das irgendwie zum Laufen zu bringen und wo man irgendwelche PDF Rechnungen erzeugt und so lasst das einfach alles Jimdo machen ihr sagt nur das sind die Produkte die ich hier verkaufen möchte wenn das jemand bestellen will dann will ich das bei mir eine E-Mail aufgeht mit dem Bestelleingang und dann will ich mich da drum kümmern und will das Produkt selbst verschicken 100% der Einnahmen behalten so soll es doch sein oder das könnt ihr da machen bei Jimdo schaut mal rein auf happyshooting.de slash Jimdo da könnt ihr kostenlos starten das ist so gedacht zum Ausprobieren aber das bleibt auch kostenlos und wenn ihr den Link weitergebt können eure Freunde und Bekannte da auch auf diese Seite drauf gucken sie wird halt noch nicht bei Google index indexiert indiziert also ihr werdet nicht gefunden sicher dass da das SEO nicht greift zumindest nicht so gut wie wenn du deine eigene Domain da hast mit eigener Domain greift es auf jeden Fall besser das ist schon mal ganz klar definitiv ob es gar nicht gefunden wird weiß ich nicht aber schwieriger auf jeden Fall von daher wenn ihr das wenn ihr sagt das was ich da sehe das gefällt mir mit diesem einfachen Dreck und Drop zusammenstellen einer Webseite schnell anpassen der Farben schnell Bilder reinziehen läuft dann klickt euch doch so ein kostenpflichtiges Paket da gibt es verschiedene Stufen das könnt ihr dann für ein Jahr im Voraus buchen wenn ihr wollt oder auch gleich für zwei Jahre dann spart man noch ein bisschen was und so guckt mal was da zu eurem Anforderungsprofil passt klickt euch da so eine Seite dann könnt ihr da auch mit einer eigenen Domain agieren und so weiter und wenn ihr das macht dann denkt an unseren Gutscheincode um 20% zu sparen und dieser Code heißt Belichtigung das heißt ihr gebt beim Bestellprozess in dieses Gutscheincode Feld Belichtigung ein mit zwei I's und zwei G's und spart dann 20% und das ist sehr gut und das ist sehr gut so musst du das sagen das ist sehr gut deshalb müsst ihr das alle tun das ist sehr gut schaut euch Jimdo an denn es ist sehr gut wir danken Jimdo für den tollen Support wenn ihr eine schöne Seite habt schickt die gerne mal an info at happy shooting.de wenn wir die hier mal vorstellen sollen freuen wir uns auch immer das könnte hier vor allem im Video natürlich sehr interessant sein wenn da mal jemand hatten wir auch schon eine Seite mit Jimdo gemacht hat ja wir stellen die hier gerne vor wenn sie fotografisch relevant ist das ist immer so ein bisschen die Bedingung dabei und klickt ganz viele kostenpflichtige Pakete ich möchte mir eine Kamera kaufen es hilft uns verdammt alles gut wir sagen danke für den Support ja ihr dürft auch gerne einfach nur so Geld bei uns einwerfen also der Umweg das ist noch viel einfacher der Umweg über ein Jimdo Abo ist toll finden wir toll sind Sponsoren und wir mögen der Produkt immer zusätzlich aber obendrauf einfach wir haben ja so eine IBAN happy shooting.de spenden und da kann man einfach so was also ja ist ganz einfach da kann man sogar Kommentare in Form von Verwendungszwecken hinterlassen könnt ihr tun gut lasst uns mal gucken was hier an Fragen reingekommen ist wir nehmen mal der fortgeschrittenen Zeit zuliebe den ersten von Holger der sich nämlich auch auf die Canon bezieht also zumindest am Rande er sagt da ja vermutlich über die neue EOS R Kameras geschnackt wird würde mich mal interessieren wie ihr die Canon EOS 1DX Mark III im Vergleich seht ich hab die jetzt nicht Wert für Wert verglichen aber die R5 wurde ja schon als schnelle Kamera für bewegte Objekte und Tiere und so weiter beworben welchen Vorteil seht ihr in der 1DX die die spiegellose High End Kameras nicht abdecken da haben wir auch im Slack schon ein bisschen gesammelt das gebe ich hier mal wieder also zum einen finde ich die beiden sehr sehr schwer miteinander zu vergleichen weil die 1D das ist einfach ein sehr sehr großes Kameragehäuse das ist ja quasi das Gehäuse mit fest integriertem Porträtgriff und zusätzlichem Akkufach das ist einfach ein völlig anderer Schnack so eine Kamera das ist einfach ein riesen Monster was du dann da an der Hand hältst und wenn du nicht mit so einem riesen Klopper durch die Gegend laufen willst ich meine das ist natürlich angenehm wenn du ein großes Tele drauf schnallst dann fällt das Tele nicht mehr ganz so auf die Kamera einfach sehr groß ist aber für mich zum Beispiel wäre die 1D überhaupt gar keine Option das war sie noch nie weil sie mir immer viel zu groß und viel zu schwer war deswegen ist so ein Vergleich ganz ganz schwierig und dann ist es natürlich immer der Vergleich Spiegel los gegen Spiegel da haben beide so ihre Vorteile und ihre Nachteile aber das wolltest du wahrscheinlich gar nicht wissen wie schnell der Autofokus bei den Tieren und bei Sport ist bei einer R5 und einer R6 wissen wir nicht also er wird als sehr sehr gut angesagt sie werben mit 0,05 Sekunden ja wo wie das gemessen wird wahrscheinlich unter optimalsten Optimalbedingungen auf ein bewegtes kariertes schwarz-weiß kariertes Stück Papier oder so keine Ahnung also wenn der Fußballspieler auf dich losgerannt kommt oder da im Pulk irgendwie mehrere auf den Quarterback einstürmen und du willst da irgendwie schnelle Serien machen was hinterher tatsächlich auf welche Person scharf wir wissen es nicht wir müssen gucken wenn sie rauskommen was man in den ganzen Previews sieht also die Testerinnen und Tester die die jetzt hatten zumindest die die so schnellere Sachen Wildlife Vögel im Flug und Sportgeschichten machen die haben alle gesagt es ist schnell es ist gut es sitzt der Fokus sitzt gut da ist halt laut Canon irgendwie irgendein Machine Learning Ding dahinter was halt speziell trainiert wird auf Menschen und auf Tiere und das hast du mit der 1DX Mark III nicht kann die halt nicht nö dafür hat sie halt das klassische Autofokus System was unterm Spiegelkasten liegt was ja auch nicht schlecht ist das ist ja bisher immer der große Vorteil gewesen bei den Dingen ich kann es nicht vergleichen was die große Kamera aber natürlich hat ist sie hat das GPS eingebaut das habe ich jetzt bei der R5 und R3 nicht R6 nicht gelesen das heißt GPS haben die nicht du hast bei der 1DX ein Dual CF Express das heißt du hast zweimal die schnellen Karten drinne und hast zumindest nicht mit verschiedenen Kartensystemen zu tun wenn du da mit hantierst du hast einen Ethernet Netzwerkanschluss eingebaut da hatte ich mich tatsächlich nochmal im Slack erkundigt weil da wurde das geschrieben ich habe das in keinem Datenblatt wirklich gesehen aber tatsächlich an der Seite kannst du eine Klappe aufmachen da kriegst du ein klassisches Ethernet Kabel ohne Adapter reingesteckt das ist sehr sehr spannend für Sportfotografen weil an den Rändern häufig halt Netzwerkanschlüsse zur Verfügung stehen ja und du hast halt das große Gehäuse und Porträtgriff das heißt gerade hochformatig kannst du genauso arbeiten wie querformatig gleiche Handhaltung alles musst dich nicht irgendwie verkrampfen verdrehen und so weiter für viele ein großer Vorteil natürlich zwei Akkus drin das heißt eine Spiegelkamera Spiegelreflexkamera hat sowieso viel mehr Auslösungen mit einer Akkuladung wir sprachen vorhin darüber und zwar viel mehr Auslösung also in diesem Fall wahrscheinlich dreimal viermal so viel und dann hast du noch einen zweiten Akku drin also das kann alles ein Grund sein für diese 1DX ich glaube dass die immer noch einen sehr sehr speziellen Markt bedient wie schon immer die 1D du schleppst halt deutlich mehr Kamera mit dir rum absolut das ist ein Bolide und für mich kommt die absolut nicht in Frage weil sie ist zu groß sie hat nur CF Express Karten die mich überhaupt nicht interessieren und für mich löst sie kein einziges Problem nee und sie hat nicht mal einen Bildstabilisator verdammt ja wegwerfen ja die anderen Sachen machen wir in der nächsten Sendung die anderen Sachen machen wir in der nächsten Sendung kommen wir zum Terminkalender wir haben einen Terminkalender wir haben wir haben wir wir ich mach hier schon der Terminkalender ja der Jürgen hat uns einen Termin reingeworfen und zwar im Heimatmuseum in Reutlingen ähm hallo Reutlinge ähm das ist vom 30.05. bis zum 23.08. äh die Reise nach Reutlingen 1862 äh Stereoskop Bilder des norwegischen Fotografen Knut Knutzen 1962 reiste der Norweger Knut Knutzen auf der Suche nach einer beruflichen Zukunft von Bergen nach Reutlingen die Stereoskop Bilder sind die frühesten bekannten Aufnahmen von Reutlingen mit dieser wird ein Motiv zeitgleich doppelt im Augenabstand aufgenommen von den Fotografien existieren heute nur die negative die mit Kolodium beschichteten Glasplatten da fehlt ein Teil vom Satz egal in der Ausstellung werden neue Abzüge gezeigt die auch den Zustand der Glasplatten wiedergeben wie gesagt das ist eine Ausstellung in Reutlingen im Heimatmuseum und wir verlinken das natürlich in den Shownotes beziehungsweise natürlich auch auf happyshooting.de slash Terminkalender da könnt ihr Termine reinwerfen so wie der Jürgen das gemacht hat oder Termine finden so einfach mal drin rumklicken ein bisschen rumsuchen und so und dir wird mir euch den ganzen Satz in Schwäbisch ne jetzt heute nicht Reutlingen muss reichen wir kommen zum Würfeln wenn wir wieder Klostergeister Workshop machen David dann kommst du einfach dazu da passiert das dem Chris ganz automatisch wenn er da unten ist das passiert das ist tatsächlich so weil in Inzikofen da ist es nochmal tief Schwäbisch und da sind da muss ich mich nur einmal mit dem Hausmeister unterhalte oder mit Iris und dann falle ich ganz automatisch in den Slang mir kann ich gar nichts machen das ist so wie wenn ich mich plötzlich wieder mit Hamburgern etwas länger unterhalte und dann irgendwie so langsam in so ein norddeutsches Platt also nicht in so ein Platt aber in so ein Hamburger Slang reinkomme weißt du da ziehst du das E plötzlich ganz lang und das Oh wird eher so ein Oh und du guck mal was ich hier gefunden habe das ist ganz merkwürdig jo zeig mal her du ich hab hier Fotos oh Bilder Bilder Kumpel da sind ja Bilder wie stark ist das ich hab immer noch keine Overhead Kamera das ist wieder das ist ja ganz furchtbar ihr müsst ja ich muss mich dauernd auf und abbauen ich müsste irgendeine feste Installation und irgendwo hört der Spaß dann auch mal auf jetzt hier erstmal muss eine R6 her und dann gucken wir ob eine Kamera übrig ist hört der Spaß tatsächlich auf lass uns mal würfeln wir haben das Thema teuflisch und teuflisch achso wir haben was zu verlosen genau und zwar ist noch nicht gewürfelt hier wir verlosen etwas und zwar verlosen wir hier so eine Akkutasche die wir hier mal vorgestellt haben so eine so eine hier Cosi Speed nicht wahr die auch ein Akku drin hat da ist so ein Akku mit drin genau und dieser Akku der ist kontaktlos also so ein Skilade Akku da kann man Sachen reinlegen die werden dann geladen oder man nimmt den Akku raus und benutzt den zum drauflegen oder man schließt was an zum aufladen und den gibt es beim Akku halt und es gibt ihn beim Sponjör von Enjoy Kamera die haben das jetzt zur Verfügung gestellt und wir dürfen das verlosen das finde ich sehr gut dann würfeln wir mal der Holger Digga 16 genau so soll ich mal anfangen bist du dran bin ich dran soll ich den 20er würfeln oder soll ich den 100er ne ich fang heute wieder an ich fang heute wieder an dann mach du so ich habe die 70 gewürfelt das ist drüber das ist drüber wir haben die 17 das ist knapp drüber ich muss ich muss mal richtig 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 die 64 sage mal 64 genau Holger Kumpel sagen wir da nicht das sagen wir Digga das meine ich das sind so alles so Slang Dinger die kommen wieder wenn ich da unten bin 25 25 die 23 wir nähern uns die 23 meine Damen und Herren wir haben einen Gewinner die Nummer 9 ah Punkt ist unten 9 genau von Carsten Carsten lass mich mal hier schauen ob ich das hier auch finde ja hier ist das Bild von nee das geht so nicht das so ja so geht es in groß ja was haben wir wir haben schwarz weiß wir haben schwarz weiß Fotos von oder ein Foto von mehreren Flaschen Sriracha hot chili sauce das ist also was ich nicht essen kann weil dann tut mir dann franz mir die Zunge aus das geht also nicht so und was hat das jetzt mit teuflisch zu tun ja teuflisch scharf natürlich also ich kann das gut verstehen ich teuflisch scharf Moni fände das wahrscheinlich langweilig aber ich es ist hot englisch sagt man hot sauce hot ist ja heiß so wie in der Hölle da ist also die Verbindung verstehe verstehst du also 20 mal um die Ecke sozusagen genau und genau Michael schreibt Sriracha geht doch noch siehste Moni genauso weiß ich genau dass die genauso über sowas redet aber immerhin ich mag das Bild ganz gern weil das ist so ein ja das geht so in die Tiefe du hast also hintereinander so diagonal quasi den Blick drauf vorne im Vordergrund dahinter nochmal eine Flasche in der Mitte die die Schärfe passt also super und ähm ist ja ist halt so eine so eine Detailstudie schön gerade komponiert wirkt also sehr beabsichtigt schwarz weiß ich weiß es nicht wahrscheinlich wird zu rot sein die Soße das fände ich da fast noch ein bisschen angebrachter andererseits wird so halt durch die durch die Schrift geklärt was es ist und dadurch dass du quasi vorne und hinten keinen Abschluss hast ne sondern da gehen die Flaschen weiter machst du das in deinem Kopf zu einer langen Reihe von Flaschen ne das ist also jetzt irgendwie wahrscheinlich einem Regal entlang irgendwo im im Supermarkt oder sonst wo gemacht oder vielleicht hatten einfach so viele Sriracha Flaschen zu Hause kann ja sein ich hatte auch tatsächlich gedacht dass es ein Triptychon ist also dass er einfach drei Aufnahmen in unterschiedlichem Abstand oder Schärfe genommen hat aber die stehen wahrscheinlich direkt hintereinander ne 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 wird schon so sein ja sehr schön ganz nett entschuldigung sieht ganz nett aus ist plastisch durch den durch den Lichtverlauf ist ganz schön so links ganz dunkel rechts ganz dunkel dazwischen wird es dann heller da ist irgendwie die Aufmerksamkeit gut gelenkt also mag ich ähm außerdem ist die die Richtung der fliegenden Vögel auf den Logos von links nach rechts ne man geht also so quasi auch so in diese natürlichen Schreibungen sogar auch ein bisschen nach oben ja ja der letzte ist ein bisschen höher nun gut Carsten schick doch mal bitte deine Adresse an info at happy shooting dann kommt das dann kommt das bei Boos raus und der schickt dir dann die Akkutasche mit dem Hinweis Stichwort Gewinner teuflisch dass ich das zuordnen kann bitte genau genau Adresse dann geht irgendwann die Tage wahrscheinlich am Wochenende die Tasche los hier ähm schauen wir doch mal was hier sonst noch so angekommen ist also wir haben hier äh Engelchen und Teufelchen aus der Schlumpfecke ähm das haben wir hier ein Lagerfeuer dann gibt es hier oh das ist tatsächlich teuflisch äh Nägel im Autoreifen mag mag keiner haben ähm was ist das das ist ja schon boshaft die 10 finde ich ganz nett schau dir mal die 10 an von Dr. U warte mal muss ich hier wieder rausgehen ist gleich eins gleich eins der nächsten Lagerreinfolge das ist äh das da links unten da der Engelchen mit dem Teufel im Hintergrund das hier das da ganz genau da sehen wir ein überwiegend schwarzes Bild also schwarzer Hintergrund im Vordergrund so eine Engelfigur wie so so ein Weihnachtsbaum Engelfigur die halt so ganz in weiß ist mit langen weißen Haar und so leicht lächelnd ist die ist im Vordergrund und im Hintergrund in der Unschärfe so einen großen teuflischen Kopf so mit Hörnern und bissigen Zähnen und ja so Krimasse halt in Richtung des Engels Zeigens also es ist so Engelchen und Teufelchen die manchmal ja auch so auf den Schulterchen sitzen wenn man gerade eine Kanon neue Kamera vielleicht äh eventuell gar nicht kaufen muss weil man sie überhaupt nicht braucht ist völlig unsinnig sagt das Engelchen Teufelchen sagt schon lange schon lange keine Kamera mehr gekauft Alter willst du mit der ganzen Kohle hau raus die Scheiße du suchst doch nur nach einer Begründung nach einem Geld macht auch keine besseren Fotos oder was willst du denn machen willst du mit der ganzen Kohle musst du irgendwo hin also schön dass ihr mitgemacht habt die aktuelle Aufgabe oje die hab ich jetzt nicht parat läuft aber noch bis nächste Woche ja die die aktuelle Aufgabe die läuft natürlich noch und wie wir alle wissen lautet die Kugel ah genau Kugel das war's die Kugelaufgabe haben wir uns auch gemerkt ob da wohl jemand auch einen Kugelfisch bin man gespannt wir sind angelangt wir sind am Ende der Sendung angelangt juhu es ist auch gerade gerade Tagesschau das ist also super von der Zeit her wir sagen danke an dieser Stelle und ich möchte mal einen rauspicken der immer so ein bisschen der einsame Kämpfer bei uns ist und selten persönlich ein Dankeschön kriegt und das ist der Kai weil der Kai ist nämlich unser Slack Einlader ne wenn ihr hier dem Slack beitretet dann geht das hier darüber dass ihr eine E-Mail schickt und diese E-Mail bekommt der Kai und der Kai schickt euch dann im Gegenzug eine Einladung das haben die die alle jetzt im Slack sind alle schon mitgemacht und das geht einfach nicht anders zu machen beim Slack also es gibt schon so verskriptete Möglichkeiten aber die brauchen wir gar nicht erst probieren ähm und Kai ist unser 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 Einladungself und das macht er einfach so nebenher und dafür ein Danke weil mehrere Daumen hoch und alles weil das ist cool das ist echt cool tja schönes Ding ansonsten äh nö gibt's nix also danke an alle aber Kai ganz besonders und wir sind am Ende angekommen und sagen herzlichen Dank und wir sehen uns wieder in der Woche bleibt uns gewogen klickt bei YouTube das Abonnieren und das Glöckchen bleibt uns gewogen das ist ja auch so ein Ausdruck du musst das zeigen bei dir oben was muss ich zeigen Abonnieren und Glöckchen ach so hier Abonnieren ich komm da nicht ganz rüber Glöckchen wie man das auf YouTube so macht oder ist es nicht unten ich weiß nicht ihr findet das Abo Glocke alles ganz einfach ganz genau wir sagen tschüss und Podcast abonnieren und kommentieren auf happyshooting.de und wir sagen tschüss bis nächste Woche 3 2 1 happy shooting happy shooting aha